Wir wollen jetzt sprechen über La Liga, die Premier League, die Serie A und die Ligue 1. Das tun wir mit Christian Bernhardt, Alexi Menüsch, Fabian Pakulat und später noch zugeschaltet Uli Hebel und los geht's! Der Blick auf andere Linien. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ich hier meine kompetente Runde begrüßen darf. Wir springen gleich rein in die Themen. Keine Zeit zu verlieren. Alexi, wenn du magst, dann leg du doch sehr gerne mal los. Du wirst uns erklären, warum es bei Olympique Marseille schon wieder nicht läuft. Und ich habe gehört, dass De Serbi schon so wütend verzweifelt war, dass er sein angebliches Papier, was er von Manchester United bekommen hätte, an die Kabinenwand geworfen hat, um den Spielern zu sagen, da hätte ich sein können, ich bin bei euch, jetzt lauft, meine Freunde, und gewinnt endlich mal. Stimmt das denn, was ich da gehört habe? Ja, du hast mir schon eine schöne Anekdote weggenommen, wunderbar, fängt gut an. Aber ich glaube, es gibt eine andere Version dazu, nämlich, dass er nicht jetzt das konkrete Angebot von Manchester United an die Wand gehängt hat, sondern es war vor dem allerersten Training. Und er hat dann fast seine Jungs gesagt, schaut her, ich habe dieses tolle Angebot gehabt und habe es abgelehnt, weil ich ja bei einem Verein sein wollte, wo vielleicht kein Europapokal ist auf dem Programm in dieser Saison. Dafür aber ein Verein mit unheimlich viel Leidenschaft, viel mehr Passion drumherum. Manchester United schläft ein seit einigen Jahren und hier in Marseille habe ich das Gefühl, sagte er, dass was möglich ist. Und deswegen hatte er eine große Hoffnung. Und zuletzt gab es natürlich dieses 0-4 gegen Paris Saint-Germain, vor allem das 1-3 gegen Auxerre, den Aufsteiger. Und es stand schon jeweils 0-3 zur Pause, sodass die ersten Fans vor der Pause schon nach Hause gingen. Das gab es in Marseille noch nie. Und ja, das weiß er auch, der De Serbi, man kann nicht die ganze Schuld auf ihn lassen, aber er hat trotzdem viele Neuzumänge, die seine Wünsche entsprochen haben. Und heute, ja, ist Marseille zwar noch Dritter, aber die spielen keinen Europapokal, habe ich schon erwähnt. Das heißt, dass sie die ganze Woche Zeit haben, sich aufs Schliegerspiel vorzubereiten haben, im Gegensatz zu den Konkurrenten wie Monaco, Lille oder Paris Saint-Germain. Und natürlich ist es viel zu wenig, was daraus kommt von Marseille. Man fing die Saison richtig gut an. Man war optimistisch, dass in dieser Saison dort immer was geht, mindestens aufs Podium, aber sogar für PSG ein ernsthafter Konkurrent werden, auch weil Paris Saint-Germain weniger auf Stars setzt und der 45-Tore immer weg ist mit Kylian Mbappé. Und De Serbi hat schon seinen Rücktritt angekündigt nach dem Spiel gegen Auxerre am letzten Samstag. Also, wenn ich spüre, dass hier nichts vorwärts geht, dann gehe ich einfach. Ich brauche kein Geld, das ist mir egal. Aber er hat schon auch gedroht und das hatten wir schon früher mit St. Pauli, mit Igor Tudor, bei Unarpeak Marseille. Also sind jedes Jahr die gleichen Sätze, die gleichen Komponenten. Und da fragt man sich schon, was da los ist. Der Verein ist halt von einem US-Amerikaner finanziert mit Frank McCourt, der nach Marseille ein-, zweimal kommt im Jahr maximal. Und dann hast du natürlich den Sportdirektor, den die Bayern-Fans nie vergessen haben, Medi Benatia, an der Angel, der schon viele Kontakte nach Italien hat und natürlich viel auch gelernt hat bei Juventus, bei Bayern München in puncto Management. Das hat ihn schon immer interessiert und er wirkt auch sehr fokussiert und sehr professionell. Aber trotzdem, seit er vor einem Jahr geholt wurde vom Präsident Pablo Longoria, da geht im Verein sportlich nichts vorwärts und das ist schon alarmierend. Okay, also über dieselbe müssen wir gleich noch, glaube ich, zwei, drei Worte verlieren, weil da hat ja unter anderem Christian, hat er da auch seine Eindrücke zu. Aber was wäre denn deine Analyse, wenn wir jetzt eben die Transfers angucken, die da kamen, also Greenwood, Wall, Kone, wir haben es auch schon in Teilen schon mal angesprochen, Heubier wurde noch ausgeliehen, unter anderem von den Spurs. Woran liegt das denn, dass Marseille nicht das erfüllen kann, was man sich vorgenommen hat vor der Saison? Ja, das Mittelfeld ist auf jeden Fall sehr gut bestückt mit Adria Rabiot und Pierre-Emil Heubier. Das sind echt zwei echte Kurs, die da in Marseille gelandet hat, ganz klar. Aber du hast keinen vernünftigen Rechtsverteidiger, aber das hat der deutsche Rekordmeister auch nicht und gewinnt trotzdem seine Spiele, also das sollte nicht unbedingt eine Ausrede sein. Im Sturm bist du halt schon dünn besetzt, Marseille holt für 30 Millionen Euro L.I.Y. von Nantes und er ist ein guter Stürmer, mehr aber nicht und er kann den Druck in Marseille einfach nicht standhalten. Er hat ja auch vor zwei, drei Jahren gesagt, also wenn es einen Verein gibt, wo ich nicht spielen möchte, ist Olympique Marseille. Und was macht er? Unterschreibt dort dann ein paar Monate später. Und der wird es auch nicht packen, also der hat auch den Charakter nicht dafür, die Persönlichkeit. Dann hast du seit zehn Jahren, auch wenn Pierre-Emil Heubier mit der letzten Saison schon immer wieder getroffen hat, immer wieder die gleiche Baustelle, nämlich eine vernünftige Nummer 9 zu holen. Und du hast, wie gesagt, UAHI jetzt gehabt und den hast du noch, aber es ist fest davon auszugehen, dass er spätestens im Sommer wieder weg ist. Man hat es versucht mit dem Griechen Mitroglou, mit dem Argentinier, der fällt mir ja gar nicht mehr ein. Mit B fing es an und I am Ende. Und bei Mijan habe ich schon erwähnt, das ging, aber in der Liga hat er auch immer wieder Schwächephasen gehabt. Und wenn du keine vernünftige Nummer 9 hast, und das hat Manchester City auch mal gesehen irgendwann, Paris Saint-Germain wird es auch irgendwann mal checken, wenn es der Herr Enrique weniger stur wird, wenn du deine Ziele erreichen willst, dann brauchst du schon eine vernünftige Nummer 9. Und die hat Marseille einfach nicht oder schafft es nicht, den zu verpflichten. Und das ist für mich das größte Manko als vielleicht eine andere Position, wie gesagt, auf der Reichsverteidigerposition. Das heißt, es ist eben dann trotz all der Investitionen noch nicht alles super. Und dann lässt der De Serbi ja aber auch einen Fußball spielen, der sich sehr von vielen anderen Teams unterscheidet. Und gleichzeitig kennen wir ja De Serbi schon als jemanden, also dass der früh schon so erregt ist. Ich weiß nicht, Christian, ob dich das überrascht mit deinem Wissen, was du über De Serbi hast? Es überrascht mich insofern nicht, weil Alexi hat es ja vorhin wunderbar beschrieben. Er hat ja schon, dass er da hingegangen ist, er hat das ja auch wahnsinnig emotional aufgeladen. Er hat gemeint, ich bin hierhergekommen wegen dem Villadrom. Das hat er auch immer wieder gesagt. Ich wollte hier Trainer sein in diesem Stadion. Ich möchte dieses Stadion mitreißen. Und jetzt haben sie diese so schlechte Heimbilanz. Ich glaube, auswärts läuft es ja richtig gut, Alexi. Da haben sie ja fast alles gewonnen. Aber eben daheim nicht. Und dementsprechend überrascht mich jetzt nicht, dass er halt sozusagen diesen emotionalen Einstieg, auch den er gewählt hat, quasi jetzt auch emotional auslebt, weil er irgendwie das Gefühl hat, dass er ein bisschen im Stich gelassen wird. Und Alexi, auch eine Frage an dich. Wenn ich das richtig sehe, die Spieler haben dann ja alles sofort gesagt, nee, 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 nicht er ist das Problem. Wir sind das Problem, wir sind das Problem. Oder halt, wir müssen das umsetzen. Die Frage, die mir sich aufdrängt, klar, jetzt sind es neun Punkte auf PSG, das ist logisch viel. Aber war die Anspruchshaltung von Marseille wirklich in der Saison, dass sie sagen, wir müssen Meister werden oder so? Weil sie stehen ja trotzdem Punkte gleich auf Rang zwei. Also jetzt zum Rest der Konkurrenz ist ja nicht so wahnsinnig viel passiert. Also nicht müssen, aber es ist halt der Wunsch, müssen aufs Podium landen. Weil, wie gesagt, diese Saison kein Europa-Pokal auf dem Spielplan steht. Und das ist schon ein herber Verlust. Was das Image betrifft, sportlich und finanziell. Und das darf keine zweite Saison in Folge wählen. Letzte Saison hat man auch schon nur Europa League bestritten. Und in der Champions League hat man schon lange nicht mehr brilliert. Und erst einmal muss man sich dafür qualifizieren. Also unter den ersten drei, das ist die Priorität. Aber dadurch, dass Monaco, PSG die Champions League bestreiten, dass Paris Saint-Germain unspektakulär auf dem Transfermarkt war und seinen besten Spieler verloren hat, waren genug Argumenten, um in der Provence zu glauben, in der Saison geht vielleicht was. Das haben wir auch geglaubt sogar vor dem Klassik gegen PSG vor zweieinhalb Wochen. Also da waren sie sich sicher, da geht was heute Abend. Und wie gesagt, nach einer halben Stunde stand es schon 0-3. Und eine rote Karte dazu. Und die ersten Fans gingen schon vor der Halbzeit. Und es waren halt Bilder, die schon einige geschockt haben. Aber auch gezeigt haben, dass dieses Verein einfach in diesem Team noch lange nicht in der Lage ist, um die Meisterschaft zu spielen. Man spricht immer von Projekten hin und her. Aber in Marseille hast du auch keinen Insider-Druck. Der Druck ist immens durch die Fans, durch diese Passion rund um den Verein. Der größte Druck in Frankreich ist sogar vor PSG. Und insofern können einige Spieler damit schwer umgehen oder gar nicht umgehen. Und deswegen, dass man von Projekten spricht, von zwei, drei Jahresprojekten mit der Serbi, ist einfach nicht zu glauben. Und sollte es am Weihnachten 10, 12 Punkte Rückstand geben auf Paris oder Monaco, dann wird es noch schwerer. Es gibt ein sehr, sehr wichtiges Spiel für Marseille am 1. Dezember zu Hause gegen Monaco. Du hast es schon erwähnt, Christian. Marseille tut sich unheimlich schwer vor heimischer Kulisse. Sollte es gegen Monaco, das gerne auswärts antritt, auch die nächste Pleite geben, dann wird es noch unruhiger. Und man weiß es ja, im Dezember, Januar ist in Marseille oft sehr, sehr unruhig. Rund um den Velodrom. Und dann stehe ich auch nicht aus, dass es schon mal wieder einen Trainerwechsel gibt. Auch weil vielleicht die Serbi von sich aus sagt, ja, hier komme ich einfach nicht weiter und vielleicht macht es ein anderer besser. So schnell kann es gehen. Und ich merke mir das auf jeden Fall. Vor der nächsten Rasenfunk-Saison werde ich euch meinen fiktiven True-Crime-Vertrag vorhalten. Ich werde sagen, darauf habe ich verzichtet, auf dieses True-Crime-Format mit Joko Winterscheid, produziert von Studio Bummens. Und jetzt redet meine kleinen Freunde. Mal schauen, ob das dann ähnlich erfolgreich ist wie bei Dezabi. Jetzt habe ich geguckt, Fabian, wie wir die Brücke zum FC Villarreal schlagen können. Und ich glaube, bei der Auswärtsstärke, da haben wir tatsächlich eine zwischen Marseille und Villarreal. Villarreal in der Auswärtstabelle auf Rang 2, aber auch in der Heimtabelle mit Rang 8 und 11 Punkten aus sechs Spielen. Gar nicht so schlecht. Und das führt eben insgesamt, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, zum vierten Rang in La Liga. Was hat denn da Villarreal hingebracht? Also Villarreal hat natürlich einen sehr guten Trainer mit Marcelino. Den gibt es ja schon ein paar Jährchen länger in Spanien. War unter anderem bei Valencia lange aktiv, bei Athletic Bilbao auch erfolgreich. Und bei Villarreal war er zuvor auch schon mal. Jetzt ist er im zweiten Jahr, glaube ich. Und er hat, oder was ich besonders beeindruckend finde dieses Jahr bei Villarreal, sie haben eine unwahrscheinlich krasse Kaderbreite mit sehr vielen Spielern, vor allen Dingen in der Offensive und vielen Spielern, die sie aus Frankreich geholt haben, aus Marseille, wenn wir die direkte Verbindung holen, zum Beispiel Papé Guier oder Guier, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Danke. Man hat aber vor allen Dingen in der Offensive viel gemacht und hat dort, glaube ich, so fünf, sechs Stürmer, die alle auf einem ähnlichen Level hochperformen können. Und das funktioniert auch richtig gut. Und er muss im Moment auch verletzungsbedingt viel rotieren. Aber ich denke da zum Beispiel an eine Verpflichtung, wo viele am Anfang noch gelacht haben mit Tierno Berry oder Berry, wie gesagt, Französisch sind ich mal die. Ist ja zu 21 Nationalspieler Spaniens geworden. Ist so ein Zwei-Meter-Schlags. Sieht auf dem Fußballplatz nicht immer eleganter aus, ist aber schon sehr erfolgreich. Dazu Nicolas Pepe, den hat man ausgegraben mal wieder, der jetzt gerade seinen zweiten oder dritten Frühling erlebt bei Villarreal. Wir haben spanische Nationalspieler mit Ayosep Perez vorne drin, mit Gerardo Moreno, der im Moment zwar verletzt ist, aber der demnächst wieder da sein wird. Mit Alex Baena, der im Moment einer der am stärksten Spanier ist, der mit Sicherheit auch in der Nations League wieder spielen wird. Kommissania im Mittelfeld, Jeremie Pino, jetzt hat sich leider Ilias Akomac einen Kreuzbandriss zugezogen. Am Wochenende hat noch das 1-0 erzielt gegen Alaves und dann muss da verletzt ausgewechselt werden. Also die haben unwahrscheinlich viel Potenzial vorne, sind sehr variabel und spielen einen sehr ansehnlichen, schönen Offensivfußball. Du kannst dich erinnern, Max, vielleicht, aber in meiner ersten Liga-Tour diese Saison war dieses Spiel gegen Celta Vigo, was 4 zu 3 ausging, 4 Villarreal, was auch 6 zu 7 hätte ausgehen können. Und genau, Villarreal hat dieses Spiel gewonnen und hat auch deutlich natürlich die stärkere Mannschaft. Und ja, ich denke, die werden, nach den drei Großen im Moment, ist es für mich zumindest die stabilste Mannschaft in der Liga. Und sie haben ja tatsächlich nur zwei Niederlagen und die waren gegen Barca und gegen Real. Kann man beides auch mal verlieren. Auch wenn das gegen Barca dann schon, da hast du quasi die Kehrseite der offensiven Spielweise gesehen mit dem 1-5. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Vor allen Dingen bei einem Barca, das im Moment bis auf den letzten Spieltag natürlich auch alles getroffen hat, was aufs Tor ging. Wie war das in der Champions League gegen Bayern? Vier Torschüsse, vier Treffer. Also die hatten auch eine ausnahmslos gute Quote. Und genau, darunter musste auch Villarreal leiden. Nein, aber sonst läuft es wirklich sehr gut. Und wie gesagt, man hat vorne vor allen Dingen, finde ich, ganz, ganz viele Alternativen. Man hat sogar zwei Torhüter, die auf einem ähnlich guten Level sind. Mit Diego Conte in einem Spanier und mit Luis Junior einen aus Brasilien geholt für 12 Millionen Euro, glaube ich sogar, vor der Saison. Der ist jetzt nicht mal Stammtorhüter, aber die wechseln sich ja auch immer ab. Ist ein Thema allgemein. Wir haben eine extreme große Spielerbelastung und dementsprechend viel verletzt. Und Villarreal hat dem wahrscheinlich schon so ein bisschen vorgegriffen und hat sein Kader wirklich, ja, ich weiß nicht, wie viel es insgesamt sind, aber es sind deutlich mehr als die normalen 23, 24 Spieler, würde ich sagen. Dazu haben sie eine gute Jugendakademie, wo auch immer Spieler nachkommen. Also die sind sehr gut aufgestellt dieses Jahr. Also Villarreal hat aktuell im Kader 24 Spieler tatsächlich nur, aber wenn es eben so gut läuft, dann entwickelt sich da ja auch manchmal so eine Dynamik. Die 24 Spieler sind dann aber auch fast halt, also nicht alle auf dem gleichen Level, aber ich würde sagen 20 oder 18 auf einem sehr hohen Level dann. Und dann passt es nämlich auch. Und deswegen kann er so rotieren. Und was glaubst du, wie nachhaltig kann denn das wirklich sein? Ich meine, aktuell wäre es der Champions League Platz. Das ist logischerweise nicht das Ziel von Villarreal, auch wenn man es natürlich mitnehmen würde. Ich sehe aber so einige Teams wieder da oben drin, die man vielleicht nicht erwartet. Also Osasuna ist aktuell drei Punkte hinter Villarreal, Fünfter. Dann Mallorca ist relativ gut, wobei da gibt es schon einen kleinen Cut-off. Also die sind fast schon ein bisschen weit weg. Und ich erinnere mich aber, das hatten wir schon häufiger in La Liga. Wir haben mal Seltavigo als Tabellenvierter, glaube ich, gehabt nach fast schon der Hinrunde und haben da hier drüber geredet. Was glaubst du, wie groß können die Hoffnungen darauf sein, dass Villarreal wirklich durchzieht? Also ich glaube, bei Villarreal ist tatsächlich die Chance ziemlich groß, weil sie eben diesen großen und guten Kader haben. Und du hast es angesprochen, Teams wie Osasuna, die im Moment einen Lauf haben eigentlich. Da stimmt es von der Qualität nicht so oder ist die Qualität nicht so groß. Und bei denen wird es wahrscheinlich eher nochmal nach unten gehen. Von Mannschaften, die vielleicht noch nachziehen können, denke ich vor allen Dingen an San Sebastian. Aber die haben eine schwierige Saisonphase, eine Doppelbelastung, Verletzte, neue Spieler zu integrieren. Die kommen jetzt gerade wieder so ein bisschen. Weil wir haben mit Athletic Bilbao immer einen Kandidaten, der da reingrätschen kann. Mit Betty Sevilla auch jemanden. Aber ich denke, dass Villarreal auch einen besseren Kader hat als Bettys und wahrscheinlich auch als Bilbao. Bei San Sebastian sehe ich es relativ auf einer Ebene. Also ich denke mal, diese drei, vier Mannschaften, die ich gerade erwähnt habe, die werden sich dann um Platz vier streiten in La Liga. Viel mehr wird ja nicht drin sein. Kennen wir ja leider das Spiel hier. Aber doch, ich denke, dass Villarreal da die stabilste Voraussetzung im Moment hat. Sehr, sehr spannende Tabellenkonstellation. Und natürlich auch ganz fantastisch, dass ich händeringend nach einer Überleitung von Marseille zu Villarreal suche und dabei einfach ausblende, dass Marcelinho auch für wenige Spiele auch mal Trainer von Ulrich ist. Stimmt, Alexi. Auch nicht so erfolgreich, oder? Nein, der ist aus Angst abgehauen, weil damals gab es eine Art, nicht Revolution, aber Aufstand der Marseille-Fans gegenüber dem Verein, gegenüber den Verantwortlichen. Und das hat natürlich Marcelinho noch nie erlebt. Und er ist einfach geflohen im ersten Flieger in Richtung wieder Valencia, Barcelona oder Madrid. Und als Quittung ist er dann wieder ein paar Monate später mit Villarreal auf Marseille getroffen, übrigens in der Europa League. und Gott sei Dank ausgeschieden. Ja, sehr schön. Also, wir haben eine spannende Tabellenkonstellation in La Liga, aber das ist nichts und zwar gar nichts gegenüber der Tabellenkonstellation in der Serie A. Napoli, Platz 1, 26 Punkte. Dann kommen vier. Ich wiederhole, vier Teams, die nur einen Punkt Rückstand haben. Atalanta, Fiorentina, Inter und Lazio. Dann kommt Juve und die haben nur zwei Punkte Abstand. Also, wer rechnen kann, hat gesehen, hier sind sechs Teams innerhalb von drei Punkten insgesamt, die sich da voneinander unterscheiden. Und auf eines davon wollen wir jetzt mal genauer blicken, Christian, und zwar auf die Fiorentina. Was ist denn da so bemerkenswert aktuell an deren Lauf? Ja, du hast es ja eigentlich im Prinzip schon gesagt, also, dass Juve, Inter, Atalanta, Napoli und Co. da vorne mitmischen, das war zu erwarten, aber dass die Fiorentina und Lazio da halt auch drin sind, nicht unbedingt. Und deswegen lohnt es sich, ja, die Fiorentina anzuschauen. Fangen wir mal ganz einfach an. Die Fiorentina hat die letzten sechs Jahre Ligaspiele gewonnen, also da kann man davon sprechen, dass sie einen Lauf haben. Acht der letzten neun, sind ja auch europäisch unterwegs, in der Conference League. Und ja, es ist einfach ein wahnsinnig spannendes Konstrukt. Fangen wir mal an, ein bisschen mit dem Trainer. Der Trainer ist es seit dem Sommer, Raffaele Palladino, der fiel bei uns hier auch schon ein paar Mal im Rasenfunk. Aufstrebender Trainer, der mit Monster in den letzten zwei Jahren richtig gute Arbeit gemacht hat, also auf jeden Fall einer der talentiertesten italienischen Trainer, sage ich mal, der nächsten Generation, der jetzt im Sommer eben den nächsten Schritt gemacht hat, wo ich auch finde, genau richtig, von Monster zu was Größerem, zur Fiorentina, wo er jetzt auch erstmals europäisch spielt, also die Doppelbelastung kennt. Und das Besondere ist, die Fiorentina ist unter Palladino gar nicht gut gestartet. Nach den ersten vier Spieltagen hatten die nur drei Punkte, haben dreimal unentschieden gespielt, eine Niederlage. Und dann kam ein Switch und ich finde, das macht auch Palladino besonders. Palladino ist bei Monza mit so einem 3-4-2-1 groß geworden. Das hat er durchgespielt, das hat Monza wirklich perfekt etabliert. Er ist ja ein Gasperini-Schüler, Palladino war langsam Spieler, quasi auch gegen den Ball, diese Gasperini-Elemente. Und deswegen sein ganz klares Grete, das er halt auch mit nach Florenz genommen hat. Aber nach den ersten Spielen, als er gemerkt hat, so richtig rund läuft es nicht, hat er selbst erzählt, dass er im Gespräch mit der Mannschaft, also viele Spieler sind auch auf ihn zugekommen und gemeint, wollen wir es vielleicht nicht mit der Viererkette probieren. Und er war dann so reif, zu sagen, ja, mache ich. Ich nehme das an, was aus der Mannschaft kommt. Und das Besondere dann, das hat er in der Halbzeit im Spiel gegen Lazio gemacht. Also die waren in der ersten Halbzeit gegen Lazio zurück. In der Halbzeit hat er auf Viererkette umgestellt, die haben das Spiel gewonnen und seitdem läuft es. Das ist jetzt logisch zu einfach ausgedrückt, aber ich finde, das sagt viel, dass Palladino auch eher nicht so ein Ideologe ist, der dann sagt, hey, das ist meine, meine, meine Systematik, ihr müsst euch darauf anpassen, sondern er hat verstanden, dass das gut für die Mannschaft ist. Und da müssen wir jetzt auf die Mannschaft schauen, weil halt wahnsinnig viele spannende Typen dabei sind. Da fangen wir im Tor an, David De Gea ist im Tor der Fiorentina, wo wahrscheinlich viele, ja, ja, ist lustig, viele haben da vielleicht auch geschmunzelt. Jetzt ist De Gea halt mittlerweile einer der besten Torhüter der letzten Monate, weil ich glaube, viele nicht damit gerechnet haben, dass der zwar ein Jahr lang komplett raus ist, aber vielleicht haben die vergessen, was der die Jahre davor teilweise für einen Torhüter war. Und ich glaube, der hat es wirklich so als riesen Ansporn gesehen, nochmal zu zeigen, hey, ich möchte nochmal auf dem großen Niveau sozusagen mich zeigen. Und das zeigt er, ohne De Gea wäre die Fiorentina in den Conference League Playoffs schon ausgeschieden. Da hat er am Alphmeterschießen, glaube ich, drei gehalten. Und jetzt auch in der Liga vor kurzem hat er gegen Milan zwei Alphmeter gehalten. Und das ist viel mehr als nur gehaltene Alphmeter. Also er strahlt einfach eine brutale Ruhe aus. Und das ist besonders, De Gea steht im Prinzip für einen Spielertyp, den die Fiorentina jetzt viele hatten, nämlich einige Spieler, die quasi wieder zeigen wollten, hey, mich gibt es noch und mich gibt es auf dem hohen Niveau. Da können wir jetzt die deutsche Karte spielen mit Robin Gossens. Der jetzt bei Union Berlin ein schwieriges Jahr hatte, wird er gesagt, Zitat, maximal unglücklich lief das. Jetzt ist er in Florenz und es funktioniert. Yassin Adli, den Alexi auch gut kennt, von Milan, der war da halt auch eher zweite Wahl, kommt da rüber. Es funktioniert, weil er auch Qualität mitbringt. Eduardo Bove, Eigengewächster Roma, dem sie jetzt schon massiv nachtauern, dem sie im Sommer haben gehen lassen, der jetzt ein wichtiger Bestandteil ist, der Fiorentina. Und das ist eine lange Liste. Das sind wirklich fünf, sechs Stammspieler, die quasi Kataldi von Lazio, der ewig bei Lazio war, so ein Lenker, Rhythmusgeber im Mittelfeld, auf den die Lazio verzichten konnte und der jetzt da eine tragende Rolle spielt. Also Balladino hat so eine Schar um sich gescharrt, quasi von Spielern, die Qualität haben, aber die, die vielleicht zuletzt nicht mehr so zeigen konnten in ihrem Umfeld. Und die hat er jetzt da in dieses Fahrwasser gebracht. Und der, der jetzt am meisten rausleuchtet, den müssen wir logisch ansprechen, ist Mois Ken. Also der Stürmer vor da drin, die Neuen, auch den kennt Alexi noch, der war ja auch schon in Paris, Riesentalent in Italien, er hatte schon mit 16 für Juve debütiert und ist dann so ein bisschen ins Stock hin geraten. Sicherlich auch, weil er jetzt seinen Beitrag dazu geleistet hat, war jetzt sicherlich nicht immer das professionellste Verhalten. Einer, der auch abseits des Rasens immer wieder ein bisschen für Furore gesorgt hat und der in den letzten zwei, drei Jahren bei Juve einfach ein bisschen ins Stock hin geraten ist. Weniger, würde ich sagen, aus seiner Schuld, sondern ganz einfach geschuldet, da war Vlaovic die ganz klare Neuen und es gab nur den einen Platz und der war halt der Backup und hat relativ selten gespielt. Und jetzt kommt er da hin nach Florenz, hat das absolute Vertrauen von Anfang an, Balladino hat ganz klar gemacht, hey, du bist meine Neuen, sprich, der spielt jedes Spiel und das ist für mich schon, also die Geschichte, da können wir mal eine eigene Sendung machen. Ich finde, gerade bei Neunern, bei Mittelstürmern, ist das halt ein wahnsinniger Faktor, wenn du weißt, du spielst Woche für Woche, auch wenn du mal ein schlechtes Spiel hast, dann heißt, dann sitzt du nicht gleich wieder drei Spiele auf der Bank, weil du einen Konkurrenten wie möglich hast, der dich auf Augenhöhe sozusagen matcht. Und Ken steht jetzt einfach bei acht Ligatoren da, zwölf Saisontoren schon, hat in der Nationalmannschaft getroffen, ist jetzt fester Bestand der Nationalmannschaft, hat in der Europa League dreimal getroffen. Also da merkst du einfach, der hat das Vertrauen und der hat logisch gewisses Potenzial, sonst wäre er nicht lange bei Juve gewesen, sonst wäre er nicht bei PSG gewesen. Und deswegen ist auch Ken halt eine wunderbare Geschichte, dass Fiorentina dieses Sammelbäckchen, sage ich mal, an Spielern, die zuletzt vielleicht so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst waren, da wunderbar zusammengefügt werden. Und das Ganze eben auch aufgrund eines Trainers, der systematisch halt das Ganze angepasst hat. Also er ist weg von diesen 3-4-2-1 hin zu einer Viererkette, jetzt ist es oft so ein 4-2-3-1, 4-3-3 in die Richtung, das hat der Mannschaft mehr Stabilität gegeben, auch gegen den Ball, sind defensiv wirklich solide, haben ein sehr gutes vertikales Spiel, das ist eben Adli extrem wichtig, weil der ja eben auch bei Milan diese Metamorphose gemacht hat, weg von der 10, zurück auf die Doppelsechs und der ist jetzt da gut eingebettet, macht das Spiel oft vertikal, das liebt Ken, der ist ein athletisch starker Stürmer und man muss eben auch, weil wir Gossens schon hatten, die zwei Außenverteidiger, also sowohl Gossens als auch Dodo sind sehr eigentlich auf dem Papier ja Spieler, die Offensivstärke haben, deswegen dachte man am Anfang, ach das ist ja perfekt mit der Dreierkette, da können die halt Schienenspieler halt richtig anschieben, haben hinten die Absicherung, aber Palladino hat es halt auch geschafft, dass Dodo und Gossens halt auch in der Viererkette sozusagen defensiv aufmerksam funktionieren und trotzdem ihre Offensivstärken ausspielen. Also das ist wirklich im Moment eine richtig schön anzuschauende Mannschaft, die logisch vom Enthusiasmus, jetzt lebt und ja, bin gespannt, wie lange sie das so durchziehen. Eins hat es noch eben zu Palladino, weil wir den ja auch schon mal hatten, ein Zitat zu Marizio Sarri, hat zu dem schon vor einem Jahr gesagt, er hat den wahnsinnig im Auge, hat er gemeint, also im positiven Sinn, weil er gemeint hat, er verknüpft so defensive Elemente von Gasperini mit Guardiola-Momenten, mit Ball, also Palladino ist nicht so stringent, was dieses Eins-gegen-eins über das ganze Feld betrifft, wie es Gasperini auslebt quasi, sondern hat wirklich gerade mit Ball auch so ein bisschen sehr guten Positionsansatz, sehr gutes Positionsspiel und allein, wenn Sarri dich mit, sag ich mal, mit Gasperini und Guardiola in Verbindung bringt, dann sagt es schon ein bisschen was aus, weil Sarri ist jetzt nicht unbedingt einer, der irgendwie mit Lob links und rechts um sich wirft und nicht falsch verstehen, jetzt geht es nicht darum, aus Balladino und den neuen Guardiola zu machen, überhaupt nicht, aber das sagt schon, dass einer wie Sarri, der das Business, glaube ich, sehr gut kennt, das schon vor eineinhalb Jahren quasi gesehen hat, dass da ein Trainer ist, der was Besonderes hat und der zeigt das jetzt auf der nächsten Stufe und ja, ich glaube, da müssen wir nicht drum herumreden, der wird in nicht allzu ferner Zukunft Balladino auf einer noch größeren Trainerbank sitzen und ja, aber erst mal verbreitet er sehr viel Spaß mit der Fiorentina. Aber wirklich, jetzt ist natürlich die Tabellenkonstellation kommt auch daher, dass Napoli gegen Atalanta zu Hause 0-3 verloren hatte und dann 1-1 in Mailand gegen Inter gespielt hat, deswegen hat sich das alles so zusammengestaucht, aber nach zwölf Spieltagen so viele Teams, nämlich die Top 6 innerhalb von drei Punkten zu haben, kannst du dich schon mal an so eine Tabellenkonstellation erinnern und können sich die italienischen Fußball-Gazetten, wie man ja dann immer so schön sagt, können die sich überhaupt noch einkriegen vor Begeisterung, das ist ja fantastisch. Nee, nee, definitiv. Also es gab es wirklich lang nicht mehr. Man muss das sogar dazu sagen, wenn Mielen am vergangenen Wochenende nicht noch ganz dumm spät das 3-3 kassiert hätte auf Cagliari, die haben ja noch ein Nachholspiel, dann könnten die auf 23 Punkte kommen, dann wären die auch noch da mittendrin. Also ja, es ist wirklich großartig und du hast es schon angesprochen, das Besondere ist, oder was heißt das Besondere, vielleicht auch die Grundlage, dass so eine spannende Konstellation entsteht, die haben sich alle gegenseitig Punkte weggenommen. Also du hast es gerade angesprochen, Napoli hat gerade zum ersten Mal verloren seit Monaten gegen Atalanta. Atalanta hat gegen Inter verloren, Inter hat gegen Milan verloren, Milan hat aber dafür, Milan hat dafür Inter geschlagen. sagen, also es ist wahnsinnig ausgeglichen, es gibt wirklich viele Spitzenspiele und ich würde mal sagen, jetzt klar, bei der Fiorentina und Palazzo muss man schauen, wie lang das anhält, ob sie ganz, ganz oben, wie lang sie dabei sein können, aber bei Atalanta, Juve, Napoli, Inter und ich würde auch Milan nicht komplett rausnehmen, bin ich mir sicher. Also ich glaube, dieses Jahr gibt es eine ganz andere Entscheidung als die letzten zwei Jahre, wo ja einmal Inter und einmal Napoli einfach komplett davon gerauscht sind. Ich glaube, dieses Jahr ist wirklich vieles liegt da, um einen wirklich langen, sehr, sehr spannenden Meisterkampf zu haben. Na, hoffentlich haben wir es jetzt hiermit nicht gejingst. Ja, bestimmt. Aber wir werden es ja sehen in der Ligatur. Das waren quasi unsere großen Themen, jetzt wollen wir noch ein bisschen den Scheinwerfer schneller drehen und durch die Ligen springen und durchaus auch mal Spieler nochmal in den Fokus rücken. Alexi, du darfst mal anfangen. Wir haben mit David Rea einen der besten Torhüter der Serie A jetzt gerade gehört und dass er immer noch da ist. Da haben wir in der Ligue 1 aber auch jemanden, der gerade sehr gut performt. Ja, das wahrscheinlich wieder Schwierigkeiten bereiten wird für die Deutschen mit seinem Nachnamen Lucas Chevalier. Französischer geht es nicht mehr. Ja, was für eine Entwicklung in den letzten Monaten. Hat sich natürlich gezeigt jetzt in der Champions League. Lille hat ja immerhin zwei Madrid-Klubs oder die zwei großen Madrid-Klubs bezwungen innerhalb von zwei Wochen. Real und Bayer-Critico gewonnen. Dann gegen Juventus einen guten Unentschieden geholt. Und da hat Chevalier wieder sehr viele Paraden gezeigt. Er ist einfach ein kompletter moderner Torwart. Er ist stark auf der Linie, stark beim Rauskommen. Nur einer hat ihn ignoriert bisher. Das Idol von Christian, nämlich Didi Deschamps. Fragt ja nicht jeder, warum. Da muss ich kurz das Audio anmachen. Es hat ihn endlich mal geholt als Nummer drei, weil der Ersatzvorwart von West Ham, Alphonse Areola, hat sich verletzt, so dass Chevalier reinrutschen durfte. Aber für viele Experten gilt er schon als Nummer zwei eigentlich schon besser und kompletter, instanter als Brice Samba von Lens. Und auch, also ich bin der Meinung, er ist noch besser als Mike Mignon, weil er noch kompletter ist. Mignon sieht so ab und zu, also es ist meine Meinung, meine Beobachtungen von ihm, dass er nicht immer auf den Punkt konzentriert ist, bei manchen Spielen. Ich weiß nicht, ob es auch bei Milan der Fall ist, aber er könnte noch konstanter werden, ein Tick konstanter. Und das fällt ihm. Und natürlich hat er auch vielleicht durch seine Probleme mit der Mbappé-Nationalmannschaft dadurch auch ein bisschen irritiert geworden, sich zu fokussieren. Aber zurück zu Chevalier, er ist für mich der Torwart der Zukunft. Er ist Mitte 20. und wenn ich all diese Namen sehe, was da an der Sebener Straße läuft, für die neue Nachfolge, und der taucht nicht auf, das wundert mich schon. Auf jeden Fall sollte Bayern Mübel holen und nicht Chevalier, dann wird es in Zukunft andere Meister geben in Deutschland. Sehr gut. Aber komm, Alex, wir haben uns doch schon mal über das Scouting des FC Bayern unterhalten, das war jetzt nicht on air, aber ich weiß dich wundert eigentlich nicht wirklich, dass dieser Name nicht fällt. Aber immerhin, wir haben ihn jetzt genannt, Luka Chevalier, Torhüter von Lille. Und dann blicken wir auch mal nochmal in La Liga. Da schauen wir jetzt aber auf die Trainerposition, Fabian. Ja, ich weiß auch nicht, in letzter Zeit komme ich immer nur auf Trainer und die Spieler überzeugt mich keiner so sehr, wobei es natürlich viele gute Spieler in Spanien gibt. Nein, aber ich habe mir dieses Mal den Trainer von Osasuna rausgesucht, Vicente Moreno, weil du schon vorher angesprochen hast, die sind im Moment überraschend Tabellenfünfter, spielen einen richtig starken Fußball, übrigens auch mit Brian Saragossa vom FC Bayern, der richtig gut spielt bei Osasuna, viele Tore schon geschossen hat und auch viele Tore vorbereitet hat. Der hat der Schritt zurück, dem hat er sehr gut getan, weil er jetzt einfach A, Stammspieler ist und B, ja, befreit aufspielen kann. Also er darf auch ins Dribbling gehen, er darf auch vorne ausprobieren. und die Geschichte von Vicente Moreno ist ein bisschen, ja, heftig, weil eigentlich war er schon weg vom Fenster. Er hat in der Saison, glaube ich, 2020 Espanyol-Barcelona übernommen, ist mit denen aufgestiegen in die erste Liga, ist dann aber relativ schnell ab nach Saudi-Arabien zum Geld kassieren, zu einem Team, das heißt El Chawaba, das ist jetzt auch, glaube ich, nicht das krasseste Team in Saudi-Arabien, aber gut, die haben wahrscheinlich gut gezahlt, ist dann zurück in die Liga gekommen, zu Almeria, da gibt es die Parallelien, weil Almeria ja diesen Saudi-Scheich hat als Eigentümer und ich schätze mal, da wurde da irgendwie gemauschelt und getrickst. Bei Almeria wurde er dann innerhalb von drei, vier Monaten gleich entlassen, die sind ja letztes Jahr abgestiegen aus der ersten Liga, also da war er am Anfang der Saison noch Trainer, das hat nicht funktioniert und dann hatte man eigentlich schon bei ihm so das Gefühl, okay, auf seinem Zenit ist er nach Saudi-Arabien, jetzt versucht es wieder, klappt nicht mehr, das Ding ist gelaufen, aber dann hat ihm Osasuna am Anfang der Saison eine Chance gegeben und er nutzte wirklich bravourös, wie gesagt, Tabellenfünfter, wir haben es angesprochen und dann gibt es noch nebenmenschlich eine schöne Geste gerade, wir haben ja in Spanien gerade aufgrund der Unwetterkatastrophe im Moment ist ja sowieso hier, ja sind die schwarzen Flaggen gehisst, sage ich jetzt mal und er hat tatsächlich auch mit einem Spieler sich freigenommen vom Verein und ist in seine Heimat nach Valencia gefahren und hat dort mitgeholfen aufzuräumen und ja, genau, einfach versucht den Leuten dort vor Ort zu helfen, auch ein weiterer Spieler von Osasuna, Ruben Garcia, der kommt auch aus der Region Valencia, es gab mehrere Spieler, die nach Valencia gereist sind und das Training schwänzen durften und dort helfen durften und ja, einfach eine schöne Geste auch, dass man den Spielern und den Trainern diese Freigabe erteilt hat, um das machen zu können, die Liga hat es ja nicht geschafft, die Liga hat alle zu allen Mannschaften gesagt, ihr müsst spielen an dem letzten, also vorletzten Spieltag in dem Fall, kurz nach dieser Katastrophe, wo eigentlich das ganze Land noch unter Schock stand, bis auf die Teams aus Valencia musste wirklich jeder spielen und da hat jeder eigentlich einstimmig gemeint, dass das eigentlich eine katastrophale Entscheidung von der Liga war und umso schöner dann eben, dass die Vereine unter sich das ein bisschen besser managen und Vicente Moreno, wie gesagt, erlebt sportlich einen zweiten Frühling sozusagen und ist auch menschlich im Moment, ja, auf zumindest, ja, auf einem ganz guten Podest und ja, ich hoffe, dass es weitergeht mit Osasuna, so positiv, denn es ist echt ein toller Klub und schauen wir mal, wie es dort weitergehen wird. Da haben wir jemanden, der seinen zweiten Frühling erlebt hat, jetzt sprechen wir über jemanden, da würde ich sagen, ist wahrscheinlich der erste Frühling, oder? Adamola Luckmann von Bergamo, über den wollen wir jetzt sprechen, Christian, und der ist ja Teil der Erklärung oder der Antwort auf die Frage, warum Atalante gerade so gut ist. Genau, ich habe ihn stellvertretend genommen, aber man kann ihn auch ganz einfach persönlich nehmen, ja, herausragend, hat vor kurzem das Spitzenspiel, das ist schon angedeutet, in Neapel, auswärts bei Neapel, die zwei Monate ungeschlagen waren beim 3-0, macht er das 1-0, macht es 2-0. Der VfB Stuttgart hat ihn zu spüren bekommen, hat ganz Atalanta zu spüren bekommen, würde ich sagen, in der Champions League, macht auch er das 1-0, zwei Ligaspieler davor, hat dann vier-Score-Punktspiel mit zwei Toren, zwei Assists. Also Luckmann ist ein, wir hatten, ich glaube, mein letzter MVP war Retegi, weil der einfach alles vorne wegknipst, jetzt ist es Luckmann, also es sind Individuen logischerweise bei Atalanta, aber es ist halt auch dieses Kollektiv, das Gasperini da halt wieder mal auf die Straße bekommen hat und Luckmann gibt dem Ganzen halt schon so eine spezielle Note, also das ist, ich meine, ihr habt ihn wahrscheinlich die meisten vor Augen, dieses extrem wendige auf engen Raum, halt diese Dribbelstärke, aber halt auch mit einer gewissen Zielstrebigkeit, also das ist halt nicht nur so da, um einen coolen Move zu machen, sondern der steht jetzt halt in der Serie A, wir sind jetzt bei Mitte, Mitte November steht da bei sechs Toren und vier Assists, also der steht halt bei zehn Scorer-Punkten, allein in der Liga, eben in der Champions League haben wir noch ein paar obendrauf, also Luckmann plus Retegi plus eben Decetelare, die sind halt sozusagen die offensive Speerspitze von Atalanta, aber sie funktionieren halt auch so, weil sie halt dieses ganze Gasperini-Konstrukt hinter sich haben und ja, ich habe ihn jetzt gewählt, weil Atalanta auch wieder die letzten sechs Ligaspiele gewonnen hat, auch international acht von neun der letzten gewonnen und das eine Unentschieden war nur das Celtic-Heimspiel, das 0-0 ausgeht, wo man sich denkt, ja und da hatten sie wirklich sechs Top-Chancen, sechs Großchancen, die haben sie halt nicht genutzt, das kann halt auch mal vorkommen, aber das war jetzt auch kein schlechtes Spiel, sondern da hat halt die Chancenverwertung nicht gepasst, also Atalanta ist im Moment wieder in so einer Phase, wo die echt für jeden in Europa unfassbar schwer zu bespielen sind und Luckmann gibt ihnen so diese gewisse Unvorhersehbarkeit, dieses spezielle, oft schwer zu greifende, technisch unglaublich starke Moment. Also Luckmann gerade richtig, richtig gut in Form in der Ligue 1. Alexi, haben wir jemanden alten Bekannten, so alt ist er nicht, aber bekannt ist er aus der Bundesliga, der nicht so wirklich in Form ist. Was ist da los bei Yosufa Moukoko? Ja, erst einmal muss man sich noch kurz zurückerinnern, dass er kurz von einem Wechsel zu anderen französischen Vereinen stand im Sommer, nämlich zu Olympique Marseille und Lille und da hat sich kurzfristig der Transfer zerschlagen, weil es wieder dubiose Zahlen gab und Verhandlungen zwischen Marseille und dem Moukoko-Clan, sodass man in Marseille sich distanziert hat am Ende, weil man einfach die Zahlen des Moukoko-Clans nicht erfüllen konnte. Mit Nizza hat es geklappt, aber per Laie, der ist nur ausgeliehen von Borussia Dortmund, Kaufoption 18 Millionen Euro, aber dass die Chancen stehen, dass die Kaufoption gezogen wird, ist so groß, wie 60 München demnächst in der zweiten Liga aufsteigt, also bei null. Moukoko in Nizza ist ganz einfach, zwei Tore erzielt und das war beim selben Spiel, das war beim Kanter-Sieg 8-0 gegen St. Tietjen, das war im September und seitdem wurden seine Leistungen immer schlechter, sodass er mittlerweile nur noch auf der Bank sitzt und auch noch kaum eingewechselt wird. Zuletzt gegen Monaco beim Côte d'Azur- Derby und auch gegen Lille, also zwei wichtige Meisterschaftsspielen, saß er 90 Minuten auf der Bank. Problem ist natürlich rein sportlich, er tut sich schwer, diese neue Spielweise anzupassen, weil sie ganz anders ist als bei Borussia Dortmund, also weniger Pressing, weniger intensiv, mehr Ballbesitz, Fußball bei Nizza mit dem neuen Trainer Frank Es und auch ein Sprachproblem, also nur Dante kann ihnen helfen, unterstützen im täglichen Leben, aber das war es schon, weil Moukoko kann zwar englisch, aber seine meisten neuen Mitspieler nicht und das ist schon ein Problem für die Anpassung, für die Eingewöhnung, sodass heute schon viele davon ausgehen, dass er spätestens im Sommer gehen wird, weil es in Vereinen sportlich nicht passt und das haben die Verantwortlichen von Nizza auch schon leider festgestellt. Bräuchte tausend Dantes, dann könnte er sich besser verständigen. Bei Nizza, ja, Moukoko, also eine Spielminute in den letzten drei Spielen, das läuft wirklich gar nicht gut. So ist der Stand bei Jusufa Moukoko. Dann schauen wir nochmal nach Spanien, Fabian, wen hast du uns denn noch mitgebracht? Du bist Trainerlastig heute, aber aus guten Gründen. Ja, extrem Trainerlastig heute, ja. Ich habe euch einen Trainer mitgebracht und zwar vom Aufsteiger Leganes, der heißt Borja Jiménez, ist ein relativ junger Trainer, ist Aufstiegstrainer und hat mit Leganes letztes Jahr in der zweiten Liga eine Wahnsinnssaison gespielt, ist dort als Tabellenerster schon, weiß ich nicht, einige Spieltage vor Saisonende, stand da als Aufsteiger fest und macht jetzt, glaube ich, mit dem geringsten Budget der spanischen Liga oder zumindest in den unteren Top drei zu finden, einen richtig guten Job. Leganes hat am Wochenende Sevilla geschlagen mit 1 zu 0. Sevilla kommt weiterhin übrigens nicht aus dem Pushen und dieser Borja Jiménez schafft es tatsächlich mit Spielern, die einen Marktwert von 1, 2 Millionen zum Großteil nicht übersteigen, ja, dort wirklich ordentliche Leistungen zu bringen. Sie haben ja am Anfang der Saison mit Sebastian Allaire, ja, die große Überraschung sozusagen geholt. Der hat auch am Anfang gespielt, glaube ich, sogar das ein oder andere Tor gemacht, jetzt war er verletzt. Ich glaube, er kommt jetzt dann wieder nach der Länderspielpause zum Einsatz, aber der ist so mit Abstand der wertvollere Spieler im Vergleich zu allen anderen. Und dementsprechend wollte ich dem 39. Trainer einfach mal, ja, diesen Unsung Hero geben, weil ich denke, er macht auf sehr gute Arbeit in einem kleinen Dorfverein sozusagen. Leganes ist ja eine Vorstadt von Madrid. Da ist kein großes Stadion, da ist kein großes Fan-Umfeld. Also da ist es schwierig zu arbeiten, denke ich mir. Aber er macht es wirklich sehr gut und schauen wir mal, ob er dieses Jahr die Klasse erhalten kann mit Leganes. Steht er denn für irgendwas als Trainer oder ist schon eben seine Hauptkompetenz, dass er eben aus geringen Mitteln, in Anführungszeichen, was eben den finanziellen Einsatz für Spieler eingeht, dann viel formen kann? Ja, letztes Jahr waren sie schon sehr dominant in der zweiten Liga. Jetzt in der ersten Liga versuchen sie noch, sich so ein bisschen anzupassen. Am Anfang war es wirklich sehr offensiv sogar. Da haben sie relativ viele Tore geschossen, aber die Spielerinnen trotzdem verloren. Und jetzt haben sie ein bisschen umgedacht. Jetzt reicht auch mal ein dreckiges 1-0 gegen Sevilla. Und ich glaube, das zeigt auch, dass er anpassungsfähig ist. Und was er auch sein muss natürlich jetzt nach diesem Qualitätssprung mit dem Aufstieg. Und natürlich spielt Leganes nicht mehr so offensiv und so druckvoll wie vielleicht noch in der zweiten Liga. Aber wie gesagt, sie grooven sich da ganz gut ein in der ersten Liga und nehmen die Herausforderung an. Und ich denke mal, es geht vor allen Dingen um ein schnelles Umschaltspiel. Da haben sie vorne schon ein paar gute Männer. Mit Juan Cruz vor allen Dingen, der spielt eine richtig starke Saison. Der von Betty Sevilla kam, dort zu wenig Chancen bekommen hat. Der übrigens aus Malaga stammt, der auch mal beim FC Malaga gespielt hat. Und der im Moment richtig formstark ist. Und schauen wir mal, wie es weitergeht bei Leganes. Also ich stelle den internen Ligatour-Bingo-Counter auf drei. Wir hatten schon zwei München-Seitenhiebe von Alexi. Wir hatten jetzt einen Maler-Vergleich. Wenn jetzt hier gleich noch gewisse italienische Trainer als verstanden werden von Christian, dann haben wir ein volles Bingo. Aber ich weiß nicht, ob er das hinbekommt, wenn er jetzt über Alessandro Bongiorno von Neapel sprechen will. Christian, weg von Ansang, weil Ansang ist Bongiorno nicht hin zu, man kann ihn nicht genug besingen. Und zwar, ja, Bongiorno, Innenverteidiger von Napoli, vor der Saison ja von Torino gekommen, hat 35 Millionen gekostet. War eines der größten Investments. Aber ist halt jeden Euro wert. Jetzt am vergangenen Wochenende gab sie das Spitzenspiel in San Siro gegen Inter. 1-1. Napoli ungeschlagen geblieben. Und was Bongiorno da mit, speziell mit Turam, also mit Turam und mit Martinez, mit Lautaro gemacht hat, das war schon herausragend. Hat keinen einzigen Zweikampf verloren. Ohne Foul ausgekommen, 90 Minuten gegen Turam und Lautaro. Und das sind jetzt nur so einzelne Statistiken, aber ich habe eine Szene vor Augen. Ich hatte das Glück, durfte das Spiel kommentieren. Da gab es einen Laufdell mit Turam und jeder weiß, glaube ich, dass das die unangenehmste Situation ist für einen Verteidiger, wenn Turam etwas Platz hat, mit Ball am Fuß quasi in den Raum reingehen kann. Ja, und Bongiorno ist das Tempo mitgegangen und hat die ganze Situation ohne Foul geklärt. Also am Ende war er am Ball. Und das ist so eine Szene, die wirklich zeigt, also Bongiorno ist für mich im Moment, Bremer hat sich ja das Kreuzband gerissen, fällt die ganze Saison aus. Das ist im Moment der stärkste Innenverteidiger der Serie A. Und also da hat wirklich Napoli in Riesenkuh gelandet. Auch ganz interessant. Inter war im Sommer auch nochmal dran, hat sich probiert, da reinzumischen in den Transfer. Aber Conte war ganz klare Ansage. Ich brauche Bongiorno, ich brauche Bongiorno. Und ja, zeigt sich jetzt warum. Bongiorno hat am ersten Spieltag gefehlt. Da hat Napoli ja dieses 2 zu 3 in Verona kassiert. Seitdem haben sie jetzt bis auf dieses Atalanta-Spiel nie mehr verloren. Sie haben bei Milan auswärts 0 zu 0 gespielt. Sie haben bei Juve auswärts zu 0 gespielt. Da hat Bongiorno immer dafür gesorgt. Morata rausgenommen, Pulisic rausgenommen, Blauvic rausgenommen. Also ist wirklich, von dem werden wir die nächsten Jahre auch noch viel mehr hören, denn ist logisch auch Bestandteil der Nationalmannschaft. Und das ist jetzt so die eine große Aufgabe, die Spalletti da hat. Also die Italiener sind in dem Punkt sehr gut aufgestellt mit Bongiorno, mit Bastoni, mit Calafiori. Das einzige Problemchen, unter Anführungszeichen, sind alles drei Linksfüße. Normalerweise hast du oft, tust du dich schwer, solche zu finden. Die Italiener haben jetzt drei auf einen Haufen. Mal schauen, ob Spalletti da eine Mischung findet. Aber Bongiorno, 1a-Verteidiger, der jetzt schon ganz, ganz weit vorne ist und ich glaube, der in den nächsten Jahren dann nochmal, gerade unter Konti, auch nochmal Schritte machen wird. Okay, und ich stelle fest, das Bingo ist es nicht gefallen. Du hast den Namen vermieden. Mal sehen, eine Chance wirst du noch haben. Vorher schauen wir aber nochmal ein letztes Mal auf die Ligue 1 und tatsächlich auf die Liga als solches. Alexi, über wen möchtest du noch sprechen? Was ist deine Geschichte dieser Woche? Ja, über einen Mann, über den man ein Buch schreiben könnte. Nicht unbedingt positiv, über den hätte man auch schon in den letzten Wochen sprechen können, weil er war der Hauptverantwortliche dafür für die neuen TV-Rechte in Frankreich. Das ist der Liga-Präsident Vincent de la Brune, der eine großartige Karriere hinter sich hat. Also da bin ich ernst, objektiv. Er war ja TV-Produzent, dann war er auch sogar Präsident von 100 Big Marseille. Und ja, irgendwann ist er dann zum Liga-Präsident gewählt worden, nämlich vor fünf Jahren. Und die große Herausforderung von ihm oder für ihn war die neuen TV-Rechte, die ja vor ein paar Wochen vergeben wurden. Die sollten im Oktober vergeben werden für die Periode 24-29, also fünf Jahre. Und die sind vergeben worden zehn Tage vor dem Liga-Stadt. Zehn Tage vor dem Liga-Stadt, sodass man keinen neuen Sender hatte. Man wusste nicht, wo wird der Liga zu sehen sein. Die Liga wollte sogar sein eigenes TV-Kanal produzieren und das wird auch wahrscheinlich die Lösung sein in Zukunft. Aber er hat halt die Gabe gehabt, dass alle 18 Präsidenten der Liga hinter ihm sind, obwohl er dafür sorgt, dass es der Liga schlecht geht. Finanziell ist man fast bankrott. Er wollte eine Milliarde für die neunte TV-Rechte, hat aber insgesamt knappe 400 Millionen gekriegt für die nächsten fünf Jahre. Er hat auch wahnsinnig ein dreifaches zu hohes Gehalt, weil die Liga ja eine Partnerschaft lebenslang mit CWC, habt ihr auch in Deutschland, kennt ihr auch schon, in Deutschland mittlerweile unterschrieben haben. Nur mit der Bedingung, dass man 13 Prozent der Umsätze dann jedes Jahr an CWC überweist. Enorm viel Geld, sodass heute die meisten Liga-Vereine vielleicht nicht vor der Pleite stehen, aber jeden Cent zahlen müssen. Deswegen ist es so umso imponierender, dass die Liga-Vereine außer PSG natürlich in den Champions League performen. Du hast bereits als Dritter, Monaco Vierter und Lille ist auch gut platziert, nur PSG könnte ausscheiden ohne Playoffs übrigens Ende Januar in Stuttgart ausgerechnet. Also das ist schon berühmt, was da in Frankreich gerade mit der Rheinsfußball abgeht. Du hast auch noch den größten Star verloren, wurde auch nicht ersetzt vom Namen her. Du hast keine absoluten Tops da mehr in Frankreich gerade in der Liga, außer Monaco natürlich. Und dieser Vincent Labrün, obwohl er schlecht verhandelt hat, obwohl er diese Rechte für nur knapp 400 Millionen Euro verkaufen konnte. An der letzten Minute wurde er ein paar Wochen später wieder gewählt, und zwar über 90 Prozent. Obwohl er auch einen guten Konkurrent hatte mit Cyril Linnett, ehemaliger Kena-Prüs-Chef, L'Equipe-Chef, sehr besonderer Mensch, nicht auf Skandale wie Labrün gezielt. Und Labrün ist, wie gesagt, weil er alle Präsidenten hinter sich hat, weil er die über die Jahre immer wieder überzeugen konnte, ist er wieder locker gewählt worden. Und noch zum Schluss, er hat, und das war in seinem Vertrag unterschrieben von allen Präsidenten, im Durchschnitt 17.000 Euro monatlich nur an Reisekosten ausgegeben. Und er war nicht weit weg. Also er war nie in New York oder Sydney, sondern er war immer schon in Frankreich in der Nähe. Aber er hat sich die schönsten Hotels, Flieger und Restaurants ausgesucht, sodass er schon als Skandaltyp gilt in Frankreich. Und das sorgt schon dafür, dass es im Großen und Ganzen der Ligue 1 von der Konkurrenzfähigkeit viel besser werden könnte ohne ihn. Es wird ja auch auf Verdacht wegen Veruntreuung von öffentlichen Geldern gerade gegen ihn ermittelt. Absolut. Und ich denke, man kann es so deutlich sagen, das stinkt alles zum Himmel. Also dieser CBC-Deal ist das schlechteste Deal der Geschichte. Absolut. Und noch einige andere, die für diese Entscheidung zuständig waren, geflossen ist. Er hat sein Gehalt höher gesetzt. Plus eben dann diese nicht zu erklärende, also rein faktisch nicht zu erklärende Rückendeckung von sehr vielen anderen Präsidenten. Wenn wir einfach mal in die Geschichte der Sportverbände gucken, was könnte da passiert sein, dass man so unwidersprochen immer gewählt wird? Ich weiß es nicht. Überlegt es selbst, liebe Leute. Aber ich überlege schon ganz lange, dass man da eigentlich mal ein Tribünengespräch dazu machen müsste, weil die fahren sich gerade an die Wand und er ist das Gesicht davon. Meiner Meinung nach. Du hast es ja auch gerade schon sportlich angedacht. Da sind wir uns zu 1000 Prozent einig, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Gut, schauen wir nochmal nach Spanien. Ich glaube, da wird es jetzt nicht ganz so anrüchig, Fabian. Was möchtest du uns da noch als Geschichte der Woche erklären? Ja, es wird nicht anrüchig, aber es gibt in Spanien eine sehr unschöne große Verletzungswelle im Moment. Wir hatten am letzten Spieltag drei Kreuzbandrisse an einem Spieltag zu verzeichnen. Militao von Real Madrid, jetzt glaube ich auch schon zum zweiten Mal in zwei Jahren. Franck Gessa von Leganes und eben Ilias Akumac von Villarreal, den ich vorher schon angesprochen hatte. Dazu viele kleinere Verletzungen oder was heißt kleinere, mittlere, muskuläre Verletzungen. Laminia Mal ist jetzt mal wieder verletzt. Ansu Fati hat sich verletzt. Lewandowski hat sich verletzt. Wir kennen diese kleineren Verletzungen auch aus den anderen Ligen, die passieren oft. Aber in Spanien gibt es seit den letzten Monaten eine Anhäufung an Kreuzbandrissen, das wirklich unglaublich ist. Real Madrid hat es ja da ziemlich stark erwischt. Im letzten Jahr schon mit Alava, Dani Carvajal, Militao jetzt zum zweiten Mal. Bei Real Madrid brechen da gerade richtig viele Spieler weg. Da wird gerade heiß diskutiert übrigens, wer da kommen soll, vielleicht jetzt im Winter. Emerick Laporte vielleicht zurück aus Saudi-Arabien oder Jonathan Tah wurde sogar erwähnt. Sergio Ramos macht sich warm, das ist die ganze Zeit schon. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wie sieht das aus, wenn Sergio Ramos sich warm macht? Geht er dann an den Boxsack? Ungefähr. Er postet ständig Videos von sich selbst, wie er auf seiner Finca dort in Sevilla die Berge hoch und runter läuft, durch seinen Pferdestall joggt. Und kurioserweise, wenn ich das richtig mitbekomme, aber hat er auch in der Halbzeitpause, nachdem Militao sich verletzt hat, auf seinen Social-Media-Kanal gestellt, wie er gerade wieder trainiert. Also er möchte, glaube ich, sehr gerne wieder zu Real Madrid. Und ja, er zeigt uns jede Woche einige Male, wie er fleißig trainiert und weiterhin sich fit hält, obwohl er ja schon auch 38 ist. Aber who knows? Nein, aber es ist einfach ein Fakt, finde ich, dass die Verletzungsanfälligkeit enorm gestiegen ist, was natürlich dem Spielplan zuzurechnen ist, der schwierig ist. Wir sehen es gerade jetzt auch wieder in dieser Nations-League-Länderspielpause, wie viele Spieler auch absagen müssen, wie viele auch freiwillig absagen, weil sie einfach auch mal eine Woche frei brauchen zwischendurch. Ja, und ich finde es einfach echt sehr bemerkenswert, dass es so viele Kreuzbandrisse im Moment gibt. Es gibt wahrscheinlich nur zwei Lösungen. Entweder man beschränkt den Spielplan wieder, was nicht passieren wird, oder wir laufen darauf hinaus, dass wir irgendwann einen Megakader bekommen von 30 Leuten oder so weiter, wo du dann wirklich für, weiß ich nicht, jeden Wettbewerb irgendwie eine andere Elf auf den Platz stellst. Also es nimmt keine gute Richtung, glaube ich, im Moment. Und ja, man müsste sich da wirklich mal an den Tisch setzen und schauen, ob man da irgendwie eine Lösung findet. Denn ich denke, wenn es so weitergeht, ja, gibt es wie gesagt nur die zwei Lösungen. Und die erste ist ja wahrscheinlich nicht gewollt. Und von daher werden wir mal sehen, was da noch in Zukunft passiert. Aber es wird mit Sicherheit nicht abnehmen, die Welle der großen Verletzungen. Fabian, ganz kurz dazu eben, ist nicht nur in Spanien so, in Italien auch, wenn man die Kreuzbande hernimmt. Bremer hatte ich vorhin schon angerissen. Zapata von Torino, der in herausragender Form war, komplette Saisonende. Scamacca, ja, der italienische Nationalstürmer, den es im Sommer erwischt hat. Es sind jetzt nur große Namen, es sind andere auch noch dazugekommen. Also es ist wirklich auch in Italien ein starker Anstieg, speziell eben bei diesen Kreuzbandverletzungen. Ja, schauen wir mal, ob sich da irgendwas verändert. Also bei den Frauen hast du das schon seit vielen Jahren, dass da die Kreuzbänder reisen. Also drei an einem Wochenende ist im Frauenfußball europäisch gesehen gar nicht viel, muss man leider so sagen. Da ist es immer allen egal. Die Belastung wird immer höher. Aber so tolle Menschen wie Gianni Infantino sagen ja hier, ihr müsst jetzt mal auch bei uns an die Tür klopfen und energischer auftreten. Sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze mit der Spielbelastung entwickelt und ob das andere Folgen hat als im Frauenfußball. Das muss man hier vielleicht dann doch noch mal einschränkend dazu sagen. Aber Christian, nachdem du jetzt auch gerade ja eh schon das Wort hattest, darfst du jetzt hier diese Runde beschließen und wir blicken mal wieder, endlich mal wieder auf die Roma. Ja, bevor ich auf die Roma blicke, dafür noch ganz kurz, ich hatte es vorhin vergessen, das wollte ich noch unbedingt unterbringen. Es gibt eine Statistik zu Buongiorno, die finde ich unbedingt noch Platz nehmen sollte. Er hat von Februar dieses Jahres bis Oktober, klar da war die Sommerpause dazwischen, aber es sind halt doch einige Monate, kein einziges sozusagen Duell verloren, wenn ein Stürmer ihn ins Dribbling gegen ihn gegangen ist. Also er hat quasi kein einziges von Februar bis Oktober hat ihn gegnerischer Stürmer oder gegnerischer Spieler im Dribbling sozusagen geschlagen. Das nur sozusagen nochmal zu Buongiorno. Genau. Also finde ich echt beeindruckend. Dritter Mönchchenverweis von Alexi. Sehr gut. Was hat Claudio Ranieri mit Massimo Amic zu tun? Genau. So, dann schauen wir jetzt nach Rom. Ja, die Roma hat einen neuen Trainer. Muss man ja auch immer wieder mal. Ja, es ist fix. Das Schönste an der Geschichte fange ich damit an. Der neue Roma-Trainer, der ein Urrömer ist, der in Rom lebt, musste nach London fliegen, um dort den Vertrag zu unterschreiben, weil die Fritkins, die Eigentümer, dort ihre Suche vorangetrieben haben und ist dann gestern Abend auf dem Flughafen in Rom sehr herzlich empfangen worden. Also das sagt schon alles darüber aus, würde ich sagen, dass der Urrömer Ranieri nach London musste, um die Roma wieder übernehmen zu dürfen, weil sie darum gebettelt haben. Ja, das Kapitel Juric, das jetzt im Nachgang, kann man sagen, logisch ein einziges Missverständnis war, ist eben zu Ende gegangen im vergangenen Wochenende. Zwei zu drei Niederlagen. Bologna, da war auch klar, für mich war klar, ich habe gesehen, zweite Hälfte stand es dann 1-3, da war mir klar, der wird den Tag sportlich nicht überleben und so war es dann auch. Ja, und dann gab es eine lange Suche, es wurden viele Namen gehandelt und am Ende wurde Sir Claudio Ranieri aus dem Ruhestand zurückgeholt, denn eigentlich hatte er seine Karriere, seine lange verdiente Karriere beendet. Aber wie es halt bei der Roma manchmal so ist, da hat die Roma wirklich ein großes Glück. Es gibt halt viele große Persönlichkeiten des Fußballs, die der Roma sehr tief verbunden sind und einer davon ist Ranieri und ich bin mir sicher, bei jedem anderen Anruf, weiß ich nicht, ob er gar nicht drangegangen wäre, auf jeden Fall hat er abgesagt. Aber bei der Roma, weil es eine Herzensangelegenheit ist, hat er nicht abgesagt. Im Gegenteil, er hat gesagt, ich möchte helfen, den Karriere aus dem Dreck zu bringen. Und man muss halt wiederum sagen, schauen wir es uns mal an, klar, keine Ahnung, wie das sportlich läuft. Ich glaube schon, dass er logisch die Aura, die Ausstrahlung hat, da einfach jetzt erstmal ein bisschen Ruhe in den Laden reinzubringen. Aber mit Blick wieder auf die Eigentümer, auf die Schwittkins, es ist halt wieder so ein Move à la De Rossi, wie damals im Winter. Du besänftigst damit im Prinzip die Fans, denn das war wirklich ein Riesenproblem die letzten Monate. Die haben sich ja unfassbar entfernt von der Roma und das war ja eigentlich das große Glück, die große Stärke der Roma in den letzten Jahren. Also diese unfassbare Verbundenheit zwischen Roma, Tifosi und dem Klub. Und die haben ja teilweise die Spiele boykottiert. Diese Kurva Sout ist teilweise immer später erst zu den Spielen rein. Es gab wirklich in jedem Spiel, es gab ja auch Piffe gegen Pellegrini, gegen Cristante, gegen diese Symbolspieler. Und jetzt holst du halt einen, den jeder Roma-Fan liebt. Und dementsprechend besänftigst du jetzt halt erstmal wieder das Umfeld. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich glaube schon, dass Ranieri auch, wie gesagt, die menschlichen Qualitäten hat und auch die Fußballfachqualitäten mit dem Kader, mit dem man doch was anstellen kann, da halbwegs wieder in Schwung zu bringen. Aber ja, mittelfristige, langfristige Lösung ist es logisch auch keine. Und dementsprechend wird sich dann halt die Frage stellen, welchen Plan diese Fritkins haben. Also ich sage es jetzt nochmal ganz deutlich. Es ist wirklich krass, finde ich bitter, wie diese Eigentümer, die Roma, die eigentlich bis vor ein paar Monaten gut aufgestellt war, auf einem guten Weg war, dass sie in den letzten paar Monaten wirklich stark eingerissen hat, das Ganze. Und ja, ich kann nur sagen, hoffentlich, also als Neutraler, hoffentlich kommt die Roma wieder auf die Füße, weil das würde dem italienischen Fußball und allen, glaube ich, vielen, die den, die einen traditionellen Blick auf den Fußball haben, glaube ich, würde das freuen. Also wir legen das ab unter das Glück, Investoren zu haben in seiner Liga und wir legen es ab. Ich meine, Claudio Ranieri mit 73 Jahren, also US-Präsident könnte er noch werden, wer weiß, wie lange er … Ich finde, dass du das Alter sagst, genau, ich wollte dich auch noch ansprechen, ja. Und wer weiß, vielleicht, also mich wundert es eigentlich, dass in dem Moment, in dem Iban Juric entlassen wurde, nicht Mats Hummels ein Video gepostet hat, wie er durch seinen Pferdestall joggt oder vielleicht habe ich da jetzt gerade was durcheinander geworfen, aber vielleicht findet er ja auch wieder sein Plätzchen bei der Roma und das vielleicht ja sogar länger auf dem Feld, als es bisher zu sehen war. Ihr drei, das hat große Freude gemacht. Danke euch herzlich und wir machen an dieser Stelle jetzt dann noch einmal kurz weiter mit der Premier League. Uli Himmel ist jetzt hier und spricht mit mir über die Premier League. Uli, schön, dass du da bist. Finde ich auch. Schönen guten Abend, grüß dich. Ja, damit haben wir auch geleakt, dass ein halber Tag zwischen der Vormittagsaufnahme und jetzt liegt, aber ist völlig egal. Den Hörerinnen und Hörern ist das egal. Wir wollen sprechen über die Premier League und da wollen wir jetzt mal blicken auf Brighton, denn das werden die Hörerinnen und Hörer mitbekommen haben. Die stehen nicht nur fantastisch in der Tabelle da, punktgleich mit Nottingham, Arsenal und Chelsea. Das ist quasi Platz 3, 4 und 5 und Brighton dann eben auf 6 mit 19 Punkten, sondern auch einen echten Überraschungssieg gelandet gegen City. Ja, also Brighton, erstaunlicherweise ist es schon früh in der Saison, also nicht erst jetzt im November oder auch im Oktober, sondern eigentlich mehr oder weniger von Spieltag 1 an, hochunterhaltsam. Damit habe ich einigermaßen gerechnet, dass dem so sein könnte. Sie könnten hier und da etwas effizienter sein, also Hörzeller selbst spricht da sehr deutlich davon, dass es naiv ist. Aber ich finde in den allermeisten Spielphasen eigentlich wie ein richtiges Top-Team aufgestellt. Also spielen von hinten raus, haben wirklich einen sehr soliden Ballaufbau, sehr, sehr passsicher auch schon und das, obwohl im Übrigen ein paar fehlen. Das ist bei weitem noch nicht, sind alle gesund. Bloß die Mannschaft ist im Sommer sehr, sehr neu zusammengestellt worden. Also zum einen, weil die Zerbi gegangen ist, logisch, auf der anderen Seite, weil wie immer bei Brighton der ein oder andere gegangen ist und in dem Fall aber sogar, weil die Gewinne reinklicken, die sie gemacht haben in den letzten Jahren, also Transfererlöse und so weiter und so weiter. Und aufgrund der, fällt das nochmal stärker ins Gewicht, aufgrund der Problematik, was PSA betrifft, also Nachhaltigkeitsregeln, die andere Vereine mitbringen, fällt es nochmal deutlicher ins Gewicht, dass Brighton schon sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat, vor allen Dingen in der Offensive Geld ausgegeben hat, weswegen eigentlich alle damit gerechnet haben, da kommt ein junger Trainer, der noch nie auf dem Niveau gecoacht hat, der noch nie natürlich in dem Land gecoacht hat, schon gar nicht in der Liga, in der es ja, sagt man immer, sehr kompliziert ist und dann noch mit neuen Spielern und dafür sieht es, finde ich, schon sehr, sehr flüssig aus, was passiert. Also sowohl am Ball, als auch zum Teil gegen den Ball. Es gibt halt dann, und das ist aber dann vielleicht auch dem Alter geschuldet, schon immer mal so Phasen von zehn Minuten, wo sie dann wegknicken, dann wirklich auch teilweise Spiele nicht gewinnen, die sie eigentlich klar gewissen. Wolfs ist wahrscheinlich so ein Beispiel, das müsste gewesen sein Ende Oktober, da laufen sie vier gegen eins auf einen Wolf zu und spinnen den Ball tatsächlich in die Füße und kassieren halt dann den Ausgleich. Und da hat er sich halt maßlos drüber geärgert, Fabian Hützer zu Recht auch, finde ich auch im Übrigen sehr cool, dass der dann nicht irgendwie einen Hehl draus macht, dass er da enttäuscht ist und nimmt ja auch gar nicht in Schutz die Truppe, sondern im Gegenteil, er sagt, nö, sorry, so können wir das nicht machen und das müssen wir gewinnen und fertig. Und das macht er im Übrigen in jedem Spiel. Und deswegen sind die schon zu nennen, als die wahrscheinlich, also Nottingham, da kommen wir dann vielleicht auch noch drauf, aber wahrscheinlich die größte Überraschung der Liga mit Nottingham zusammen. Aber diese Ehrlichkeit, die du da angesprochen hast und das auch die Mannschaft dann in die Pflicht nehmen, kann das nicht auch backfeiern, wie man auf Englisch sagt, also sich kontraproduktiv auswirken, wenn er das schon so früh macht in der Saison? Ja, dessen ist er sich auch bewusst. Er weiß schon, dass das Formulieren von Ambitionen, das ist jetzt ein sinngemäßes Zitat auch, das er am Telefon gegeben hat, das Formulieren von Ambitionen kann natürlich auch als leichte Arroganz ausgelegt werden, im Speziellen, wenn er es so vorträgt, wie er es vorträgt. Und im Moment, du weißt ja selber, manchmal ist es im Sportjournalismus, geht es auch um Narrative. Im Moment ist das Narrativ in England, dass das Fab, so nennen sie ihn schon, der junge Trainer, der da hinkommt, keinen Respekt hat und dann sogar Guardiola weghaut, eines seiner Idole. Deswegen lässt man die andere Geschichte jetzt mal weg. Wenn es aber mal nicht so gut laufen würde, bin ich mir schon ziemlich sicher und ich glaube, das weiß er auch, dann kommt es auch. Aber, und das ist das Gute an ihm, er ist sich dessen total bewusst. Also der ist jetzt nicht, der geht da jetzt nicht blind rein und sagt, ja gut, also ich meine, jetzt findet er mich cool und dann später mögt er mich nicht so gerne, sondern ihm ist völlig klar, dass das ein Problem werden wird, so wie er sich aber nur mal ausdrücken möchte. Das ist das. Und das finde ich auch das Schöne. Das ist, also das sage jetzt ich, das sagt nicht er, aber das ist für mich immer eine Metapher. Also ich will jetzt kein Name-Dropping betreiben oder so, aber es gibt ja zwei, drei deutschsprachige Trainer und in dem Fall lässt er sich darauf ein, dass ich ihn trotzdem anrufen darf, wenn ich ein Brighton-Spiel habe. Und er hat auch gesagt, es ist in Ordnung, das zu sagen. Und da habe ich mal mit ihm darüber geredet und habe nach dem Wolves-Spiel, das ich kommentiert hatte, vor dem Liverpool-Spiel dann gesagt, also ich will jetzt nicht irgendwie respektlos klingen oder so, aber wenn man jetzt das ganz böse formulieren würde, dann wäre das naiv. Dann sagt er, ja, formulieren wir es doch böse, also ist es doch. Und das ist das, dann habe ich nur gesagt, oh, okay, dann sagt er, naja, nur wenn man jung ist, kann man trotzdem reif auftreten. Und das ist dann meine Einschätzung des Ganzen, das ist eine Metapher, die natürlich eine Doppelsinnigkeit hat. Weil ihn nervt es immer, glaube ich, mit dem Alter auf eine Weise, weil er halt sagt, nehmt mich bitte ernst als Fußballtrainer, was ich völlig verstehen kann, weil ich trainiere in der Premier League und ich werde, also kriegst ja keinen Extrapunkt, nur weil du 31 bist, was immer noch schon echt erstaunlich ist. Und ich glaube, das möchte er nicht. Er möchte diesen Schutz nicht, sondern er möchte als Fußballtrainer bewertet werden und er will ihn aber seinen Spielern auch nicht geben. Und deswegen finde ich es konsequent und ich glaube, das sind die Dinge, wo du als Fußballspieler wahrscheinlich sagst, hm, genau, der Trainer, der hat keine Doppelmoral, der fordert nicht für sich etwas ein, das er uns nicht gibt, sondern er macht so, wie sie es gehört. Ich glaube, das ist das, was hilft, wenn ich so die Truppe einschätze, gerade bei jungen Spielern. Es ist, glaube ich, extrem wichtig, dass der Trainer lebt, was er sagt. Also auf den Kader und wer da die entscheidenden Spieler sind, müssen wir gleich nochmal kommen. Aber eine letzte Frage noch zu Hürzler. Also es war natürlich ein großes Thema, dass er der erste Trainer ist, der jünger ist als die Liga, in der er trainiert ist mit seinen 31 Jahren. Ich weiß, dass viele englische Journalisten sich üben durften am Ort Pippinsried, der uns als Münchner natürlich leicht von den Lippen geht. Das ist ein bisschen schwieriger für die. Aber wie kommt er denn in der Medienöffentlichkeit an? Denn gerade als zum Beispiel Jürgen Klopp damals gewechselt ist in die Premier League, war das ja ein großes Thema. Oh, wie würde er mit der Yellow Press und so weiter umgehen? Also wenn auch da wieder das Narrativ sagt, dass deutschsprachige Trainer, ich nehme jetzt mal Glas damit rein, wenn wir die Rückrunde bei Crystal Palace zählen, aber auch Hasenüttel zum Beispiel aus Southampton, die haben schon gecheckt, dass es eine Fußballrichtung, also für Engländer ist alles, was aus Deutschland kommt, Gegenpressing. Mehr gibt es nicht. Und das ist eine Fußballrichtung, die funktioniert. A, die B kopiert wird und die C von Deutschen gelehrt wird. Und deshalb war schon klar, die haben schon sehr, sehr viel Respekt gehabt, als er kam. Fand natürlich diesen Fakt des Wunderkits schon auch lustig, aber insgesamt mag man den medial sehr, weil in England gibt es ja keine Interviews links und rechts, gibt es ja überhaupt nicht. Also kein Journalist, also geschweige denn, die Kollegen aus England, mit denen ich korrespondiere, die fassen sich an den Schädel, wenn sie sagen, wieso telefonierst du mit dem Trainer, bist du, was ist los? Und dann sage ich halt, ist das irgendwie bei uns in Deutschland, ist das so? Dass man halt irgendwie versucht, zumindest so vom Spiel was zu machen. Und es gibt aber auch gar kein Printinterview oder sowas, weil die Printjournalisten überhaupt gar nicht danach fragen. Das heißt, du siehst und triffst ihn bei Pressekonferenzen. Und ab und an mal, wenn der Beatwriter halt in der Mixed Zone stehen bleibt und der Trainer, wenn ihm langweilig ist, machen aber meistens die Co-Trainer. Und auch da, er versucht halt einfach kein riesen Geheimnis aus der Sache zu machen. Das ist wahrscheinlich das Beste, was man über ihn sagen kann. Du fragst ihn was, er gibt dir eine Antwort, so gut er kann. Und das Gefühl habe ich und das Gefühl haben auch alle englischen Kollegen, dass er wirklich sagt, okay, wenn du es wissen willst, klar, erklär es dir, so gut ich halt kann. Also sind wir mal gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt wird. Es ist ja noch sehr früh in seiner Station jetzt bei Brighton. Jetzt hast du ja schon angesprochen, man hat auch sehr, sehr viel investiert, also über 200 Millionen Euro in neue Spieler gesteckt in diesem Sommer. Sind es denn auch die Neuzugänge, die diese Saison wesentlich prägen oder wer sind so die wichtigen Spieler? Noch nicht so die Neuzugänge, würde ich sagen, weil bei Brighton, das ist aber, hat Methode, die transferieren eigentlich immer so, dass sie die Abgänge schon mal zwei Transferfenster im Voraus versuchen zu ersetzen. Das heißt, die kommen dann sozusagen nach einem Jahr oder vielleicht sogar eineinhalb Jahren erst so richtig in die Mannschaft rein, dürfen derweil mal ranschmecken. Das soll sich ändern. Also Brian Goddard zum Beispiel, der da ist, der soll, glaube ich, schon sehr, sehr schnell auch Richtung Stammmannschaft geführt werden, wäre eine kleinere Ausnahme. Und Rüther spielt sehr viel jetzt. Dessen Zahlen sind noch so lala, aber auch das weiß man bei Brighton oder wusste man. Der Besitzer, Tony Blum, ist ein Profi-Pokerspieler und der ist ein sehr, sehr zahlenorientierter Fußballkonsument geworden. Also der ist einfach mal reingekommen als Fußballfan und hat sich das Ganze dann aber, weil er sehr zahlentalentiert ist, einfach mal alles zeigen lassen, sagen lassen. Und der muss irgendeinen Algorithmus entwickelt haben, der bei Rüther geblinkt hat, sodass fast das Ding explodiert wäre, auf dem er den Algorithmus wahrscheinlich abgelesen hat. Und ich kann dir nicht genau sagen, welche Werte das sind, darüber schweigt die gesamte Fußballwelt, aber das war bei Hoffenheim schon so und es war auch bei Leeds so, dass genau das Gleiche passiert ist. Also ich vermute, dass es irgendwo im Bereich der Expected Assists, weil ich kann es mir nicht bei Expected Goals so richtig vorstellen, der Abschluss ist so lala von dem irgendwie generell die Entscheidungsfindung ist so lala. Der ist so sprachlich, kommunikativ auch nicht so besonders, hat man mir auch in Hoffenheim schon gesagt, aber theoretisch ist das so ein Eins-gegen-eins-Monster, der so ganz clever die Zwischenräume besetzt und ich glaube, da könnte was gehen. Wenn man den sozusagen den Ball gibt im Zwischenraum, der dreht auf, läuft mit Tempo auf die Kette zu und würde dann das richtige Abspiel finden, dann könnte der sehr gefährlich sein. Ich deute da immer mal an, dass der schwierig zu halten sein müsste, kommt aber kaum was rum. Und auch von den anderen, wenn ich mir das so überlege, eigentlich kein richtiger Neuzugang, der jetzt so eine totale Rolle spielt. Ich glaube, Matt O'Reilly, der jetzt am Wochenende gegen City dann das Tor geschossen hat, auch das Entscheidende, das soll einer sein, der war bis dato verletzt. Das soll derjenige sein, der sowohl die Standardsituation tritt, in Absenz von groß und vor allen Dingen auch einfach Torgefahr aus dem Mittelfeld. Das haben sie nämlich so gar nicht. Ich glaube, der könnte eine Rolle spielen und Brian Goder ebenfalls, der auf dem rechten Flügel eingeplant ist, aber ansonsten sind es eigentlich, Matt Zwiefer auch, der soll auch, der ist aber viel verletzt. Danny Wohlbeck ist wahrscheinlich in dieser Saison, wenn ich einen nennen müsste, der, der den Unterschied am ehesten macht, liegt daran, dass er gesund ist. Das ist bei ihm zu allererst mal zu nennen, weil ich glaube, wir würden völlig anders über Danny Wohlbeck sprechen, wenn er nicht dauernd verletzt gewesen wäre im Verlauf seiner Karriere. Das habe ich mir nur sagen lassen, ist ein extremer Profi, hat einen eigenen Physiotherapeut, mit dem er wahnsinnig viel arbeitet, super fleißig, guckt viel, lässt sich viel sagen, will aber auch was haben von sich aus und ist immer so einer, der ist so leicht, in England sagt man slick, also so gerissener Hund manchmal. Der lässt sich mal fallen, wo du denkst, Alter, was machst du da? Und dann zwei Sekunden später denkst du, ja, ah ja, du öffnest den Raum damit, los geht's. Und hat auch eine, also ich habe mir die Zahlen mal, das ist jetzt schon wieder eine Woche her, rausgeschrieben. Der ist, was seinen Abschlusspunkt angeht, ist er immer näher herangekommen im Verlauf seiner Karriere und ist jetzt, da er endlich mal komplett und nur auf der Neuen spielt, gar nicht mehr irgendwie hängende Spitze oder sowas spielt, kommt immer näher heran bei seinen Abschlüssen. Entsprechend ist auch die Abschlussqualität gestiegen und aber auch die Verwertung gestiegen, weil er halt nur noch schießt oder abschließt, wenn er wirklich in einer aussichtsreicher Position ist. Früher hat er manchmal geballert, kam einfach so von links rausgedriftet und hat einfach nur aus zweiter Reihe drauf geballert oder einfach mal irgendein Ding genommen, völlig wild und der wird immer cleverer. Ich glaube auch haushaltender, das zählt auch dazu, dass er sich das ein oder andere spart an Aktionen. Und deshalb in der Saison wahrscheinlich der Mainman mit Thomas immer auch noch zu nennen über den Flügel, weil der im Eins gegen Eins eine Gravitation, die der ausstrahlt, den kannst du nicht alleine lassen, weil sonst spielt er dir einfach die, der spielt dich einfach aus und dann hast du ein Problem. Auch noch nicht so ganz effizient. Ich glaube, da geht noch was in dem Punkt, aber von den Offensiven sind es die zwei. In der Defensive muss man wahrscheinlich Van Hecke nennen. Erstens, weil er von den Innenverteidigern der Einzige ist, der im Moment fit ist, permanent fit ist. Und zweitens, weil er gerade riesengroße Schritte macht, fußballerisch sowieso richtig gut, also kann andribbeln, ist ein sehr, sehr progressiver Verteidiger, sowohl im Dribbling als auch im Passen geworden. Und das ist auch so einer. Der war da so eineinhalb Jahre im Kader und alle dachten so, ja, Van Hecke, was weiß ich. Und irgendwann, vor einem Jahr, so um die Zeit, kam er plötzlich und du denkst dir, oh, krass, ist instant einer der besten jungen Innenverteidiger und hat jetzt inzwischen ein Level, dass der Nächste ist, der für 60-70 weggehen könnte, wenn sie loswerden wollen oder müssen irgendwann. Ja, krasse Entwicklung bei Brighton. Und ich glaube, da müsste man auch nochmal im Detail mal drauf gucken, was Danny Bloom da anders macht als vielleicht andere. Aber vorerst reicht das ja erstmal, um zu verstehen, warum Brighton so gut in die Saison gestartet ist und was eben auch die Talking Points sind, neben The Fab, Fabian Hürzler, der da quasi der Captain auf diesem Schiff ist. Dann hast du uns noch jemanden mitgebracht. Wir wollen noch ein paar kürzere Personalien und Geschichten abhandeln. Du hast für mich denjenigen mitgebracht, der bei Chelsea die Fäden in der Hand hält, den Überblick behält. Wie kann man es überhaupt formulieren? Wir wollen über Enzo Barreska sprechen. Ja, ganz so sicher bin ich mir auch noch nicht, wer wie wo was. Am Anfang der Saison habe ich immer gesagt, wir wissen ja leider viel zu viel von den ganzen Dingen, die da bei Clear Lake Capital zu stattfinden. Und bei Maurizio Pochettino war es immer so, dass man gemerkt hat, dass er nicht hinter dem steht, was Clear Lake Capital ihm vorgibt, zu was er zu stehen hat. Und Enzo Barreska hat zu Beginn der Saison genau das gesagt, was die von ihm wollten. So hatte ich das Gefühl. Das war so, da tut man ihm ja fast noch ein bisschen Unrecht, weil man sagt, naja, das ist halt deren Marionette, der macht das halt mal. Und sie wollten halt ein, zwei Spieler loswerden, wie zum Beispiel Rame Sterling, Ben Chilboel, alles Spieler, das ist die Idee von Clear Lake Capital. Niemand, den wir nicht geholt haben, soll in diesem Verein sein. Weg. Sowohl im Staff als auch in der Mannschaft. Weg. Koste es, was es wolle. Wirklich egal. Also, kein Rücksicht auf das persönliche Schicksal eines Masseurs. Weg. Du bist kein Clear Lake Capital. Es geht auch um den Staff, nicht nur um das Spiel. Ja, alles. In diesem Verein hat niemand zu arbeiten, der nicht von Clear Lake Capital verpflichtet wurde. Alter. Immerhin konsequent und auch nach außen nicht so, aber nach innen wohl sehr, sehr deutlich kommuniziert. Zum Teil zu deutlich, sodass natürlich, kannst du dir vorstellen, das sind teilweise Legenden, Kidman und sowas. Ja. Naja. Das sind ja wie die Busfahrer auf Schalke damals. Genau. Ganz genau. Ja, das ist einfach, der Verein, da sind mir die Chelsea-Fans immer so böse, wenn ich das sage. Aber der Verein, der jetzt geworden ist und der Clear Lake Capital hat nichts mehr mit dem zu tun unter Bramowitsch und schon gar nicht mit dem, was vorher war. Gar nicht. Also, überhaupt gar nicht. Das ist noch dasselbe Lob derzeit. Ansonsten nichts mehr. Das ist bewundernswert, wie Fans da dabei bleiben können, weil das wäre so der Moment, wo ich sagen würde, Ja, sorry, aber... Ja gut, wahrscheinlich hilft halt Platz drei mit 19 Punkten. Ja, aber gut, genau, da kommen wir dann ja zu dem positiven Punkt bei Enzo Mareska. Also, die wollten die alle loswerden. Mareska hat gesagt, ja okay, wenn ihr den loswerden wollt, ich sag nach außen, ich will ihn nicht, Tschüss. Und der hat sich einfach aus diesem riesengroßen Kader, der es ja im Sommer gewesen ist, von theoretisch vier Mannschaftsbussen, dann gibt es natürlich eine Lone-Army, da fährt schon mal ein Bus irgendwo hin und dann hast du nur noch drei Busse und irgendwann waren es dann nur noch zwei, hat er einfach gesagt, okay, das sind meine vier bis 26 Jungs, mehr nicht. Der Rest kann sich, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Und das hat schon mal fürs Erste dafür gesorgt, dass, glaube ich, die Mannschaft gemerkt hat, oh, da ist Zug dahinter. Dann ein paar stringente Spielideen einfach nur, die da drin sind, also das ist hoch unterhaltsam, was Chelsea tut, aber es ist in allererster Linie aufs Umschalten ausgelegt. Das heißt, ich bin jetzt nicht den wunderschönsten Ball, was vielleicht auch mit Blick auf Lester, was er da gemacht hat, gar nicht so schlecht ist, sich das so anzugucken. Und es hat sich einfach eine erste Mannschaft rauskristallisiert. Er hat einzelne Spieler, die Schwierigkeiten hatten, eine Zeit lang unter Pochettino, zum Schluss, muss man fairerweise sagen, auch besser reingekommen sind. Also die Rückrunde war schon ganz ordentlich, hat sich die Qualität dann schon auch gezeigt, aber mit diesen verschiedenen individuellen Formen jeweils noch rausangestellt, in die richtige Richtung gegossen, hat sich eine Stammmannschaft rausmanövriert, was auch schon mal ganz wichtig war, weil es halt ein ewiges Gewechsel war die ganze Zeit und das dann noch mit so einer riesengroßen Kabine, das ist alles einfach wahnsinnig schwierig. Und er ist weiterhin sehr, sehr straight in dem, was er tut und vorgibt, sowohl eben außerhalb, bei den Antworten, die er so gibt, als auch auf Platz. Und das führt dazu, dass Chelsea's Qualität halt einfach, das war uns immer klar, das war ja auch deshalb das Projekt, vor dem die Fußballwelt, glaube ich, große Angst hat, weil wenn es funktioniert, dann weißt du ja selber, wie es ist, dann gibt es die Copycats. Und deswegen hat die ganze Fußballwelt so Angst davor, dass das es funktioniert. Es war aber auch klar, die Qualität ist so überbordend gut, da steckt natürlich so viel an stilistischen Absichten drin, dass irgendwann mal irgendwas funktionieren müsste. Und das sehen wir jetzt gerade und man muss aber in Sumeresca das lassen. Bis dato ist das nicht Elite, so weit würde ich nicht gehen. Da fehlen mir schon noch ein paar Ansätze dann auch gegen tiefere Gegner und so weiter. Aber sie haben insbesondere auch gegen Top-Teams gezeigt, oh ja, da ist was da. Und auch mehr als nur ein formstarker Cole Palmer. Das ist ja so der Darling von allen im Moment, zu Recht auch, der spielt sensationell. Das ist einfach ein wahnsinnig unterhaltsamer Spieler, super Flair. Aber es ist schon mehr als das. Also da steckt schon viel, viel mehr drin und das muss man Chelsea lassen. Da haben sie einen Riesenschritt auch nochmal im Vergleich zu den letzten beiden Jahren gemacht, aber insbesondere auch nochmal zur letzten Saison. und deshalb, Enzo Maresca, glaube ich, fairerweise ein richtiger MVP, also wirklich valuable für Chelsea. Und wenn wir bei Menschen sind, die gegen Top-Teams da sind, dann können wir auch sehr gut zu Alexander Ischak überleiten von Newcastle, denn der war unter anderem im Heimspiel gegen Arsenal da, 1 zu 0 Sieg. Er hat das Tor erzielt. Er war dann auch beim Ausplatzsieg bei Nottingham Forest da, 3 zu 1. Auch dort ein Tor, eine Vorlage. Der hat gerade eine sehr gute Phase. Ja, Ischak ist irgendwie, finde ich, so ein neues Profil, das es gibt. Also eigentlich ein Winger. So was die, was so die, die, also lang, dürr, aber ist nie ein Neuner geworden, sondern hat so was Wingerisches. So wie Iketike, finde ich auch. So habe ich das auch im Bundesligaspiel mal gesagt. Das ist auch so einer, Liao irgendwie auf eine Weise. Das sind so Typen, die, wenn du dir anschaust, würdest du denken, sie machen andere Dinge, als sie letztlich tun. Aber sie sind irgendwie immer ein bisschen drahtig geblieben und deswegen so schwer zu verteidigen. Und bei Ischak ist es auch so ähnlich wie bei so vielen. In Dortmund hatten wir ja schon gesehen, worum es gehen könnte. Dann bei Real Sociedad erst recht, aber nie gesund geblieben. Das war immer das große Problem bei dem. Auch bei Newcastle am Anfang, nie gesund geblieben. Trotzdem, je länger er dabei war, je länger er gesund war, desto besser ist er geblieben sozusagen. Und inzwischen ist das eigentlich alles, was du willst. Der hat eine dermaßen starke Technik, kannst du dir gar nicht vorstellen. Der hat Läufe abseits des Balles, die natürlich auch noch durch die Athletik verstärkt werden. Super clevere Bewegungen. Läuft ständig in die Tiefe, kann aber genauso gut mit Ball am Fuß richtig eindribbeln, also richtig öffnen sozusagen. Hat für den Stürmer eine wahnsinnig gute Balance. ist de facto beidfüßig, wenn du so willst. Das ist ein bisschen schwierig. Da sagen auch immer alle Scouts, das gibt es nicht. Und ich weiß auch, was sie meinen. So richtig gibt es das natürlich nicht. Aber wenn ich es dir jetzt vorher nicht sagen würde, dann würdest du wahrscheinlich draufkommen und sagen, der hat einen relativ sauberen Schuss und eine relativ saubere Technik mit beiden Füßen. Guter Dribbler und sowas wie so ein Ein-Mann-Offensive. Der eigentlich permanent Newcastle selber mal mit irgendwas, also sowohl, wenn das Spiel mal steht, als auch im Transit kann er alles und wenn er gesund ist, Wahnsinn. Unglaublich, wie der sich entwickelt hat. Ich meine, man hat es ja schon bei Real Sociedad gesehen und deswegen ist er ja auch für viel Geld in die Premier League gewechselt. Aber ja, eins von vielen Dortmunder Talenten, das sich dann später nochmal richtig entwickelt hat. Und nie eine Chance da bekommen hat, wenn wir ganz ehrlich sind. Oder zumindest wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, als es noch unfair war, den richtig zu bewerten. Weil das war mir aber auch relativ früh klar, das ist ein Fehler. Der Körper alleine, da steckt viel drin. Ja gut, ich meine, er hat ja natürlich immer diese Größe und eben gleichzeitig diese Schlagsigkeit. Deswegen hat man vielleicht auch zu sehr klassische Mittelstürmer-Dinge von ihm erwartet. Auf der anderen Seite, der BVB hat es ja schon versucht, so zu machen, wie man es dann eben mit einem solchen Talent tun sollte. Nämlich, du verleihst ihn erstmal und guckst, ob er sich entwickelt und dann schaust du drauf. Und vielleicht haben sie dann zu früh, dann aus welchen Gründen auch immer entschieden, okay, wir verkaufen ihn. Da kann man auch mit 17, ne? Das ist halt das Ding. Das darf man auch nicht, also der ist ja immer noch super jung. Das darf man immer noch nicht vergessen. 25. Genau. Eigentlich geht es erst los. Also schon, aber total, Theo Walker, glaube ich, hat das gesagt. Hoffe, ich mixe es jetzt nicht. Ich glaube, BBC, dass das Our Generations Thierry Henry ist, was dann schon auch viel sagt. Passt nicht so ganz von der Spielweise, finde ich. Ist sogar ein Ticken kompletter, so blöd das klingen mag, als Ouri. Aber das ist, glaube ich, halt einfach so, weil sich die Spielerprofile generell zur Komplettheit entwickelt haben. Ouri wäre heute, glaube ich, auch jemand anders, als er damals gewesen ist. Aber ich weiß, dass er meint. Jemand, der für Newcastle halt ganz oft das Spiel parkt und zack. Tja. Ja, gut. Und wenn jemand weiß, wie es ist, sich in jungen Jahren mit großen Erwartungen auseinanderzusetzen, dann ja, Theo Walker, das ist nochmal ein anderes Thema. Und unser letztes Thema haben wir schon kurz gestreift, nämlich Nottingham Forest. Auch wenn man verloren hat, eben gegen Newcastle, steht man sehr, sehr gut da. Man ist eben auch bei den Teams mit dabei, die 19 Punkte haben und damit von Rang 3 bis Rang 6 liegen. So wie Brighton, über die wir schon gesprochen haben. Was macht denn da Nottingham Forest gerade richtig? Also zuallererst, das klingt immer so blöd, weil, ja klar, aber sie haben eine klare Identität. Das hatten sie nie, seitdem sie zurück sind in der Premier League. Und wenn dann unter Steve Cooper, dann war es halt Defensive First, aber das war es dann auch. Also du hast da vorne keinerlei Ideen gehabt. Das kommt jetzt dazu. Auch da im Grunde die gleiche Erzählweise wie bei Chelsea. 140.000 Menschen verpflichtet seit dem Wiederaufstieg. Und am Ende spielt trotzdem immer Ryan Yates. Also gerade für das zentrale Mittelfeld. An dem kann man so festmachen, was die alles verpflichtet haben in der Zeit. Brasilianer, haben ohne Ende Südamerikaner mit drin, Mongola, also you name it. Und dann spielt am Ende wieder Ryan Yates. Und das ist jetzt zum einen so, dass sie das machen. Ich finde, dass sie relativ clever manchmal vorne drauf gehen. Wenn das nicht funktioniert, dann ziehen sie sich wieder zurück. Mir ist das noch zu passiv, weswegen ich glaube, dass ich das nivellieren würde. Aber bis dato funktioniert das einigermaßen. Und wenn sie den Ball selbst haben, dann ist das weiterhin sehr umschaltbasiert. Spielen direkt, haben eine relativ gute Pace-Abballeroberung. So Diagonalbälle und so weiter, die Dinge brechen. Dann hast du jemanden drin wie Morgan Gibbs-White, der wahrscheinlich so All-Action-Achter, wenn du so willst. Also der ist super schwierig zu verteidigen. Das hat eine Zeit lang die ganze Liga gecheckt. Aber dann gehen halt auf der anderen Seite in Ilanga, Ramon Sosa, ganz egal, wie man das nennen will. Also die haben viel, viel Qualität. Dann auch auf den Halbzehner-Positionen oder Flügel-Positionen. Das ist immer so ein Mischmarsch bei denen. Und dann haben sie Chris Wood, der einfach mal wieder, der kann nichts, also es tut mir total leid, wenn ich das so sage. Ich kann einfach nicht Fußball spielen. Aber der erste Kontakt, das ist ein Finisher. So etwas hast du nicht gesehen. Der Kopfball, die Chancenverwertung ist der Wahnsinn. Der zieht leicht nach links, kriegt den Ball, drin ist er. Teamdienlich, es scheint ein super, super guter Typ zu sein. Aber eigentlich kann er nichts. Sobald der einen zweiten Kontakt haben müsste, dann sind seine Mannschaftskollegen am Ende. Weil dann ist der Ball weg. Aber sie kriegen ihn halt in solche Möglichkeiten. Das kommt wie immer. Wenn so ein Team da oben steht, ist eine gewisse Effizienz erforderlich. Die ist da. Alleine aufgrund von Chris Wood eben. Nuno Spirito Santo hat, hat man ihm immer nachgesagt, dass das jemand ist, der eher dann scheint einen guten Analysten zu haben. In der zweiten Hälfte dann ein paar Dinge umbaut. Und dann in der zweiten Hälfte dem Gegner ganz gut nochmal zersetzt. Also In-Game-Management, aber eher in Halftime-Management in dem Fall. Aber auch das funktioniert jetzt von vornherein etwas besser bei denen. Und auch das ist, kann man schon sagen, glaube ich, eine insgesamt ziemlich körperliche Mannschaft. Wenngleich, und das habe ich schon gesagt, ich glaube nicht, dass die dahin gehören, wo sie sind im Moment. Weil mir das wesentlich zu passiv ist insgesamt. Weil mir das Pressing nicht gut genug aufgestellt ist. Und das ist einfach das, was so ins Auge fällt. Weil im Moment jeder Einzelne dermaßen drüber ist, was die Form betrifft. Also es ist unmöglich, dass sie es halten können. Jeder Einzelne sind absolut, die brennen allesamt. Und das kann so nicht weitergehen. Und bis jetzt immer noch das einzige Thema, auch das Liverpool geschlagen hat in der gesamten Spielzeit. Es war genauso eine Masterclass, wie sie es eigentlich immer gemacht haben. Sie stellen sich hinten hin, rope a dope, der Gegner soll kommen, kann aber nicht durch. Und irgendwann hast du halt einen Moment und der ist halt dann drin, klar. Ja, klar. War wirklich nur einer, der war drin. Gib Chris Wood nur einen Kontakt und dann läuft es gut. Genau. Ja, sehr schön. Und dann haben wir nämlich auch indirekt, wir haben ja das letzte Mal mit Jogi hier Ende Oktober über United gesprochen. Und da haben wir die Perspektive von United dann nicht mehr so wirklich noch angeschnitten, weil wir schon so lange gesprochen hatten. Aber warum es United auch mit neuem Trainer wahrscheinlich schwer haben wird, liegt glaube ich an allen Teams, über die wir gerade gesprochen haben. Ja, das ist schon eine spannende Situation. Da sind sie schon auch selber schuld. So ist es nicht. Aber immerhin, also wir haben ja echt viel geschimpft in der letzten Dekade über Man United und auch zu Recht. Aber, und auch da, im Übrigen ist nicht alles, also auch da werden Menschen links und rechts entlassen, die da seit Jahren Leistung bringen im Verein. Also ich meine jetzt noch nicht mal die Mannschaft, sondern im Verein. Aber, und das habe ich mir nochmal sagen lassen, mit sehr viel mehr Klasse. Also es wird nicht einfach wahllos ausgedünnt, du weg, du weg, du weg, du weg, sondern es wird geguckt, wie geht es denen familiär? Ist das irgendwie irgendwas, können wir denen vielleicht irgendwo anders noch einen Job geben? Es ist ein insgesamt sehr langsamer Verein, was auch jetzt so die Kulturveränderung betrifft, was glaube ich dann positiv ist. Trotzdem natürlich ist es, wie es ist. Ineos ist da und die wollen Erfolg haben und zwar auch einigermaßen schnell Erfolg haben, aber es ist nicht Hauhuck. Also man könnte das auch wie bei Chelsea machen und sagen, so, du bist jetzt hier 20 Jahre Kidman. Ja, whatever. Ciao. Das macht man halt so nicht. Und nicht nur deshalb, aber auch deshalb, ich habe das Gefühl, Ineos, also ich habe mir ein bisschen was erzählen lassen aus dem Trainerfindungsprozess, scheint ein sehr, sehr, sehr langfristiger gewesen zu sein. Sehr, sehr viele Backgroundchecks, also auch da viel im Datenbereich, viel aber auch grundsätzlich, was die Machbarkeit betrifft. Also gar nicht bei Guardiola angefragt, also wie halt Bayern, jeden einzelnen Trainer, der eine UEFA-Polizenz hat, der fragen wir mal vorsichtig an mit so einem Brief oder was böse formuliert. Sondern schon nach Machbarkeit und auch wahnsinnig viel privater Backgroundchecks, also im Sinne von, ist die Persönlichkeit für uns ausreichend, damit da nicht wieder jemand kommt, dem es einfach über den Kopf wächst. Und ich habe insgesamt so das Gefühl, dass Ineos einen ganz guten Plan hat, haben auf allen erdenklichen Positionen Leute installiert. Also endlich mal sowas wie ein Director of Sports, einen technischen Director, beides sogar, hatten sie ja ewig nicht, einfach eine fußballerische Leitlinie, geschweige denn einen Plan. Das ist da, deswegen auf dem Weg in die richtige Richtung. Aber ja, das ist halt das Bittere. Während United jetzt zum x-ten Mal neu aufbaut, haben sich halt in der Zwischenzeit schon wieder drei, vier, fünf Teams komplett neu erfunden und sind schon wieder vorbeigezogen. Das ist halt das Erstaunliche. Aber wirklich. Lange Antwort, sorry. Du, alles gut. Jetzt haben wir noch spontan über United gesprochen. Ist doch schön. Uli, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit. Das hat wie immer große Freude gemacht. Danke dir. Und ich danke natürlich auch nochmal unseren Gästen von vorher, Fabian Pakulat, Christian Bernhardt und Alexi Mönüsch. Und zuletzt möchte ich natürlich auch euch danken, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr ermöglicht Sendungen wie diese hier. Der Rasenfunk ist paywall, werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und unter anderem haben das getan Grumbas Dumbas, Knubsch der Seebe, Killer FFM, Kasper und Samira. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen und haben dann auf den Unterstützen-Button geklickt. Den findet ihr sehr einfach. Und da erfahrt ihr auch, wie man uns unterstützen kann. Geht eigentlich auf allen gängigen Wegen. Jeder Betrag hilft. Herzlichen Dank für euren Support. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und uns gewogen. Und dann hören wir uns bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.